Ja, es ist endlich wieder Freitag. Und Freitag bedeutet, endlich habe ich meinen Mike zurück. Der sitzt jetzt gerade mitten in München, was ja sozusagen die Hochburg des schottischen Rocktragens ist gerade. Denn heute Abend geht es los. Dieses komische Rundballturnier. Ja, werden wir nicht viel drüber sprechen, aber müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Denn Mike ist im Epizentrum der Braukunst, der bajuwarischen guten Laune und vor allem des Deutschland-Schottland-Spiels. Aber viel wichtiger ist, Mike war letztes Wochenende in Sanford. Und da gibt es auch einiges zu besprechen, denn da gibt es ja auch lecker Bierchen und vor allem gibt es da lecker frittierte Sachen. Aber jetzt ist er da und deswegen freue ich mich wahnsinnig. Endlich ein Gespräch mit meinem Therapeuten, meinem Betreuer meiner besseren Hälfte, mit Mike Stieflagen. Guten Tag. Ja, Herr Spengemann, legen Sie sich erstmal hin. Erzähl mir so, was in Ihren Gedanken vorgeht. Schön, dass wir uns wieder haben, diese Sitzung. Ja, ich freue mich auch sehr. Du hast vollkommen recht. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass hier in München die Schotten übernommen haben. Also es ist wirklich EM-Fieber. Jetzt heute am Freitag geht das erste Spiel los, Deutschland gegen Schottland. Und hier laufen alle mit einem Dudelsack rum oder so einem Kilt, sind gut drauf. Also ich finde, das tut München mal ganz gut, dass hier ein bisschen frischer Wind reinkommt. Und ich habe dringlichen Bock, so einen Kilt zu tragen, so einen Schottenrock. Ich glaube, es kann sehr entspannt sein. Packst es einfach drüber, hast einen Dudelsack noch. Okay, das Ding ist ein bisschen komisch, dass wir im Dudelsack und Kilt verbindet, aber weißt du, was ich meine. Bringt uns zur wichtigsten, Wind, du bist Journalist. Ich meine, du musst doch bitte, geh doch mal raus und frag die mal, ob die wirklich nichts drunter haben. Bei Gerüchte waren sie von Schotten nichts drunter. Ja, aber ich habe mir sagen lassen. Da kannst du ja nur fragen. Ja, ich habe mit ein paar Schotten schon gesprochen, die keinen Kilt anhatten, sondern nur Trikots. Und die haben gesagt, Mate, wenn du einen fragst, ob der was drunter hat, der zeigt es dir. Ja, ich weiß nicht, ob ich das riskieren will, wenn ich ehrlich bin. Aber, also, sie sagen ja selber von sich, sie sind wie die Engländer, nur nett. Also, die Schotten ist ein sehr, sehr cooles Volk. Ich mag auch die Engländer. Also, muss ich ganz deutlich so sagen. Ich mag die ja. Ich mag diese Höflichkeit, ich mag die Sprache. Oh, ja, Carsten, aber ich glaube, du meinst andere Engländer als ich. Also, es gibt ja die Royals, wie du sie gerade beschreibst. Aber es gibt auch die Engländer, die saufen sich einen weg. Die Royals, wo ich ein und ausgehe. Ja, aber, ja, ich, also, die Engländer, die ich denke, die sind zu 10 am Buckingham Palace, mal die Tür auf, sagt er. Kashi, komm rein, du alte Pograform, Tee ist fertig, sag ich, Charles, setz dich. Digga, hast du einen Aschenbecher? Ja, alles klar. Was geht denn ab? Ja, Camilla hier heute wieder rumgebitscht. Ja, Digga, kein Thema. Ich meine nicht die Royals. Ja, aber die Engländer, die ich meine, die sind nicht höflich. Die sind alles andere als höflich tatsächlich. Aber okay, vielleicht haben wir andere Erfahrungen mit Engländern gemacht. Aber ja. Wir hatten ja letzte Woche schon die Sprachnachricht wegen des London-Spiels. Da haben wir noch ganz vergessen zu sagen, wo man hingehen kann. Das machen wir natürlich jetzt gleich. In London. Wenn wir sowieso schon auf der Insel sind. Nee, in London, was kann man da machen und drumherum und so. Aber, also, ich habe nie negative Erfahrungen. Also, ja, hier so, tralala. Ich bin immer dummerweise in London. Sondern, also, das war nicht, also, ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin mal in London gewesen. Da hat, hilf mir mal bitte, Chelsea, glaube ich, gespielt. Chelsea gibt es auf jeden Fall, ja. Da war ich irgendwie spazieren. Ja, ja. Und da kam dann so eine, also, auf der einen Seite die einen Fans, auf der anderen Seite die anderen Fans. Und ich stand in der Mitte mit meinem Coffee to go. Das war jetzt, ich weiß, was du meinst. Das ist jetzt nicht so harmonisch. Also, ich hatte einen brutalen Kulturschock. Weil in meiner Jugend bin ich für ein Fußballcamp für knapp einen Monat nach Brighton gezogen zu einer Gastfamilie. Ich war in Brighton eingepfercht mit zwei anderen ausländischen Fußballern in dem Alter, die mit mir zusammen ein Zimmer gepennt haben in so einem Hochbett. Also, in so einem, ja, wie heißt das so? Also, unten einer, oben einer am Pennen. Ja. Neun Quadratmeter, drei Jungs, das war unser Zimmer. Und jeden Morgen bin ich runter in diesen Frühstücksraum. Und das Wohnzimmer, Carsten, in Brighton, so einem typischen Reihenhaus, war wirklich, die hatten keine Tapete, die hatten auch keinen Boden verlegt. Es war Stein. Also, wirklich einfach Stein. Aber es stand der Luxus-Plasma-Riesen-HD-Fernseher im Wohnzimmer. Die haben kein Geld auszugeben für Tapete und Boden. Wirklich, es war einfach Stein. Die haben in einem Steinhaus gelebt. Aber der Riesenfernseher war da. Jeden Morgen ausgewogenes Frühstück als Fußballer. Acht alte Scheiben Toast und das war's. Ist einfach pur. Ach so. Das war irgendwann für mich. Das war die erste Erfahrung. Ich mag ja die Ecke Brighton, Talkie, ich war ja da so sehr lange sowas zur Schule und so. Auch so im Alter von 10, 12, 13, 14, damit ich gutes Englisch lerne und gute Manieren lerne und so. Ja, ich weiß so, Freunde. Hat sich nicht bewahrheitet mit den Manieren, aber egal. Aber wie Maik ja weiß, ich gehöre eigentlich im erweiterten Kreis zur britischen Royals-Familie, also Freundeskreis. Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe. Ich fand das da tatsächlich schön. Ich weiß aber, was du meinst. Damals gab es ja so ganz viel Schüleraustausch. Jürgen Martin, wie die ganzen Firmen hießen. Teilweise waren die Gastfamilien sehr befremdlich. Ich war da ja ein bisschen so auf dem Internat und tralala und das war wirklich schön. Ich mag diese Höfe, ich mag diese It's Tea Time, Darling. Ich mag das wirklich. Aber ich weiß, was du meinst. Englische Fußballfans, das kann schon grenzwertig sein. Aber jetzt ist ja erst mal Deutschland, Schottland. Ja, gucken wir mal. Also wir haben ja ein Tippspiel, also Maiks sozusagen. Da machen so viele verschiedene Menschen mit. Also von uns Jungs bis zu irgendwelchen Content-Creatern, bis zu Freunden, bis zu, weiß nicht, aus Fußball, aus DTM. Klemens Schmid, der gerade im Twitch-Chat ist, tippt, glaube ich, sogar auch mit. Also wir können uns nur blamieren, Carsten. Ja, du, also ich kann mich gar nicht blamieren, weil Punkt ist ja der, ich habe ja von Rundball keine Ahnung. Du bist Experte. Ich weiß ja, ich weiß gerade. Natürlich. Ja, ich bin voll Experte. Also dieser Hans-Peter Briegel und Beckenbauer, die werden das schon richten. Das bin ich fest. Und Horst Ruesch auch. Bananenflanke, Manni, Kals, volle Lotte. Ich bin richtig im Fußball. Ich kenne da nicht einen von. Ich kenne Thomas Müller und das Maß. Und hier, den, wie heißt er noch? Toni Kroos, kenne ich auch noch. Und dann hört es auf. Wer im Tor steht, ich weiß nur, Manuel Neuer patzt. Habe ich gelesen in der großen deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben. Ist mir jetzt auch egal. Gutes Wissen. Gutes Wissen auf jeden Fall. Ja, gutes Wissen. Apropos, das sage ich immer beim Football, wenn wir trainieren. Ich soll dich herzlich von Jan grüßen übrigens. Da bahnt sich übrigens eine Liebesaffäre an. Oh, Liebegrüßen zu. Jan hat jetzt extra für dich geplant, nach München zu kommen. Mal eine Woche. Und mit dir jeden zweiten Tag zu trainieren. Ja, das habe ich nötig. Also, Jan, komm schnell. Also, am besten morgen statt übermorgen. Ich bin bereit, zu trainieren. Ja, aber da sagen wir immer beim Training, warte ganz kurz, da sagen wir immer, sei ein bisschen weniger Thomas Müller, sei ein bisschen mehr Vinny Jones. Das weiß ich noch. Fußball, Vinny Jones, kenne ich noch. Da fällt mir gerade ein. Da sind wir wieder dabei. Ja, wir machen jetzt gerade ein bisschen Random Talk und gehen gleich auf Football ein. Es gibt super viele Themen, aber wir haben es ja länger nicht mehr gehört. Da fällt mir gerade ein, ich war ja nicht nur an Zandvoort letztes Wochenende bei der DTM, sondern ja auch an dem einen Abend samstags in Mönchengladbach beim Car-Event. Nee, darüber über Mönchengladbach spreche ich nicht, weil meine Einladung bis heute nicht angekommen ist. Ja, das will ich ja gerade erzählen. In Mönchengladbach beim Car-Event von Pete's Meet. Und ich habe da angebracht, dass ein gewisser Carsten Spengemann auch Interesse daran hätte, große Lust daran hätte, da mal mitzufahren. Es war ein großartiges Event, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und Pete's Meet, für alle, die die Jungs sich kennen, das sind fünf Jungs, die zusammen Content machen auf YouTube, auf Twitch. Und einer von denen, der das kommentiert hat, dieses Event, heißt Dennis aka Brammen. Und Brammen ist jetzt nicht so im Football drin. Also er hat da keinen großen Bezug zu, aber weiß natürlich, dass ich da viel mit mache. Und hat mir folgende Nachricht an dich übermittelt, beziehungsweise so war das Gespräch. Er meinte, ja Mike, also für mich als Casual Football ist doch eigentlich wie Massenficken. Das ist so ein Durcheinander, viel Chaos, keiner weiß, was passiert, jeder hat eine Rüstung an. Aber, wenn Carsten Spengemann mich im Podcast grüßt, dann schaue ich mal bei Football rein und höre auch bei euch mal rein. Und er wollte wissen, welche Teams sind denn cool, was können wir denn empfehlen? Also ich habe einmal gesagt, du würdest gerne mitfahren. Die Jungs wissen das jetzt, kennen dich ja auch von diversen Aufnahmen. Nee, meine Einladung kommt nicht. Und er wollte von dir eine Football-Einführung haben. Ja, Bramachop ist übrigens ein sehr leckeres brasilianisches Bier. Schon haben wir den ersten Überschlag zum Football, denn wir müssen natürlich über Nicht-Grün in Brasilien sprechen. Das kommt nachher. Kleiner Teaser für später, Freunde. Beste Grüße gehen raus, mein Freund. Mach da mal ein bisschen Druck. Ich möchte mal gerne mitfahren, wenn Mike das vor allem kommentiert. Das wird sehr witzig. So, Football, ganz einfach, es ist kein massenge... Digga, ich weiß nicht, wie du da... Also, Sigmund Freud hätte jetzt an deinem Gedankengang eine helle Freude. Ein Football-Fate ist kein Swinger-Klub. Naja, doch, ein bisschen schon, ne? Jeder mit jedem, klar. Jeder, nee, nicht jeder mit jedem, also nur jeder, der dieselbe Farbe anhat. Ja, aber eher komm. Also, es ist schon, also wenn man es jetzt derb und vulgär ausdrücken möchte und nicht jetzt die ganzen Regeln versteht, du guckst erst mal und siehst ein Chaos, wie jeder jeden auffällt und versucht, zu Boden zu bringen. Die O-Line, die Line, wird das aufeinanderprallt? Griechisch-römisches Ringen nennen. So, relativ simpel, du hast vier Versuche für zehn Yards, der Ball muss bewegt werden. Da sind immer Linien eingeblendet. Das hilft dir so ein bisschen, wo der Ball hin muss. Man darf werfen, man darf laufen und die Defense darf heutzutage nichts mehr. Das war jetzt die NFL-Erklärung für Anfänger. Und tu mir einen Gefallen, auch wenn du ein guter Freund von Mike bist, lass dich nicht in diese Patriots nochmal mit reinquatschen. Such dir eine schöne Farbe aus. Ich empfehle dir Türkis. Miami sind auch mehr Palmen und ist auch viel schöner. Alternativ, wenn dir irgendeiner erzählt hier mit Stern ist Amerikas Team, äh, auch nicht gut. Such dir was Schönes aus. Nimm mal am besten so irgendwas, was auch cooles Merch hat. Geh mal bei Tars.com vorbei. Raiders kann ich dir sehr empfehlen. Ist jetzt Quarterback-technisch auch nicht so die Zukunft, dass ich sage, die nächsten 20 Jahre ist alles sicher. Aber, wenigstens ist das Logo cool. So, ähm, das war Football für Anfänger. Okay. In einer Minute 30. So, das hast du sehr schön erklärt. Ach so, und die NBA spielt in Sao Paulo, München und London. So. Ja. Muss vorbeigehen. Tickets gibt's für London jetzt schon. München erst in ein paar Tagen. Ähm, Sao Paulo kannst du auch hinfliegen, aber würde ich nicht empfehlen, wenn die Teams selbst in gepanzerten Fahrzeugen transportiert würden. Ist das jetzt nicht unbedingt der Party-Stimmung zuträglich. So. Haben wir noch irgendwas vergessen, Schatz? Ach so. So, DTM muss ich ja mit dir nochmal besprechen. Ähm, ich mag das ja. Ich gucke dir so gerne zu. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich bin ja, weil, wie du weißt, Motorsport-Fan, selber ja auch gefahren. Und, ähm, ich mag das. Du sprichst mit den Fahrern auf Augenhöhe. Das gefällt mir. Du und Niki-Team, ihr seid mein neues Lieblings-Dum. Das muss ich ganz deutlich so sagen. Nichts gegen dich, Clemens, alles gut, alles gut. Aber, äh, content-technisch, der Typ, also. Ja, Niki ist natürlich, Niki ist natürlich gerade raus. Und der Mann, ähm, dem ist, also, äh, jeder Fahrer tickt da ein bisschen anders. Und ich meine, das ist gar nicht abwertend oder sehr positiv oder irgendwie wertend. Aber Niki-Team, dem Mann ist scheißegal, wie er rüberkommt. Also, der ist wirklich, der stellt sich nämlich hin, sagt, mach an, komm, wir müssen mal hier ein bisschen Action, ein bisschen Stress machen. Wir müssen uns nochmal provozieren. Also, der hat Lust auf Entertainment. Hat natürlich dann noch einen, ja, fällt auf mit seiner Frisur, mit seinem Bart, mit seiner Größe. Also, der Mann, äh, läuft auch jeden Tag gefühlt 40 Kilometer. Also, ist auch eine Maschine. Und er ist lustig und sieht sie so als Wikinger der DTM. Hat natürlich ein bisschen schwierigen Saisonstart. Also, ich glaube, sportlich gesehen, ähm, hat er auch selber Bock noch ein, zwei Schippen draufzupacken. Aber, super, super, super. Ich kenne das mit diesen italienischen Autos. Ja, aber super, super, lieber Kerl. Hat in Zandvo auch Juni kennengelernt, äh, tatsächlich. Weil er, durch meine Storys, kennen die Fahrer meistens ja auch dann, äh, meine Freundin. Und hat sie direkt angesprochen mit, ah, du bist der Chef. Das fand ich auch sehr gut. Also, wenn dieser vier Meter große Wikinger dann irgendwie, äh, zu Juni runterblickt und sagt, ah, du bist der Chef von Mike. Okay, Grüße. Hallo, schön, dass du da bist. Äh, fand ich auch, ja. Lieber Kerl, du hast vollkommen recht. Niki Thiem, sehr, sehr cooler Typ. Und jetzt, pass auf, kleine Anekdote am Rande. Ich bin ja, wie du weißt, VLN gefahren. Ja. Äh, äh, damals mit einem, mit dem alten, äh, DTM-Mercedes. Und weißt du, mit wem ich zusammengefahren bin? Das kannst du, kannst du Niki mal erzählen. Kurt Thiem. Mit seinem Vater. Wirklich? Was? Wirklich? Ja. Das ist überragend. Kurt Thiem ist ja eine Legende im Motorsport. Also, das, das wusste ich auch nicht. Siehst du, hast du wieder was gelernt. Äh, Clemens schreibt auch grad rein, Niki ist immer ein Highlight. Äh, ist auch mein Backgammon-Buddy. Das finde ich auch spannend. Ihr spielt also Backgammon. Ich habe lange kein Backgammon mehr gespielt. Sehr geiles Spiel. Ähm, ja. Äh, ich kann verraten an der Stelle. Nächste Woche, ähm, Samstag ist in München das Mile Festival. Das ist jetzt, kurz gesagt, so eine Art Messe mit, ähm, Bezug zu Motorsport, ähm, zu Autos generell, auch zu, auch da gibt es einen Begriff für Aviation, also zu, zu Flugzeugen, äh, Flugzeugtechnik, keine Ahnung. Luftfahrt heißt das. Ja, Luftfahrt. Luftfahrt. Also, ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen in die Richtung. Und ich habe da ein, ein Panel. Also, ich darf da eine Stunde lang auf der Bühne im Zenit, ähm, ein, ja, ein Talk moderieren. Zusammen mit Daniel Abt, mit, ähm, Thomas Voss. Und auch unter anderem mit Niki Thiem, der da sein wird. Also, Niki Thiem und ich auf einer Bühne, da kann nur Quatsch passieren. Ich glaube, das wird nicht gestreamt oder so, aber es wird bestimmt, äh, es werden Videos im Internet landen, ich sag's mal so. So, das ist auch gut so. So, jetzt haben wir eine Pille-Stunde über, 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 über alles. Das passiert, damit wir uns nicht sehen, müssen wir ja reden. Ja. Das ist ja, guck mal, wir haben eine ganze Woche, mir, also das meine ich jetzt wirklich ernst, ich freue mich immer, dann die, 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 die Pillennachrichten abzufragen. Und dann, dann bin ich immer schon so Donnerstag, Moni findet das immer so witzig, bin ich immer schon ganz aufgejogelt. Dann sag ich immer so, ah, Maik, dann stehe ich freitags viel, viel früher auf, weil es geplant ist, guckt sie mich mal an, sagt sie, warum? Ich sag, ich hab, ich mach gleich mit Maik eine Folge. Sie so, ja, in drei Stunden, du doof. Ja, aber ist egal, dann kann ich noch mit Paula gehen, dann kann ich dies, dann kann ich das. Ja, aber, so. Ja, ich freue mich immer. So, dementsprechend wäre es jetzt Zeit, über Football zu sprechen. Und wenn wir über Football sprechen, es geht mir unglaublich schwer über die Zunge, aber ich mach's jetzt trotzdem, müssen wir natürlich über den Goat sprechen. Und wenn wir über den Goat sprechen, dann spreche nicht ich, sondern ich drück auf Play. Hallo Carsten, hallo Maik, Peter aus Buchmann wieder hier. Ja, die Nummer zwölf wird nie wieder vergeben. Die Patriots-Ehren Tom Brady. Was sagt ihr denn zu dem ganzen Show-Kladatsch, was die da abgelehnt? Jetzt krieg ich Schluck auf, super. Zu der ganzen Show. Und Carsten, der Druck steigt. Gibt's was Neues von Paula und ihrem Lieblingsteam für die neue Saison? Sorry für den Schluck auf. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Denkt an dich und küsst jemand anders. Was macht eigentlich Frau Wobel in diesem Moment der Sprachnachricht? Das sind so Fragen, die müssen wir natürlich auch nochmal recherchieren. Ja, es ist passiert. Die Patriots haben Tom Brady geehrt in einem, wie ich persönlich finde, sehr emotionalen. Also wirklich emotionale Feier. Es wird eine Statue geben. Die Nummer zwölf wird bei den Patriots nicht mehr vergeben. Im Nachgang, nach diesem ganzen Abgang, ne, finde ich doch doof und tralala und ich gehe zu einem anderen Team. Ich finde es ein schönes, versöhnliches Ende. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, finde ich auch schön. Ich frage mich sowieso, dass sie es nicht schon vorher gemacht haben, wenn sie sagen, er ist eine Legende. Aber ansonsten, unabhängig vom Timing, hat er sich verdient, haben die Fans sich verdient. Ist zu Recht, ist der größte Spieler bei uns in der Franchise. Bei uns. Ich alter Bostoner. Und deswegen, ja, war eine runde Zeremonie auf jeden Fall. Bill Belichick war da, ähm, Bill Belichick ebenfalls mit Standing Ovations empfangen. Also, ähm, da ganz wichtig, müsst ihr mal gucken, wie, wie so einige Teamverantwortliche inklusive GM-ETC gucken. So, aber gut, ähm, er ist jetzt auch weg, ähm, Brady ist weg, jetzt heißt es Patriots Neuanfang. Ich bin mal sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall eine Statue geben, in der, ich hab das, glaub ich, richtig gelesen und umgerechnet, 3,50 Meter hoch. Ja, Originalgröße. Originalgröße. Von seinem Ego, ja. Ich hab ein bisschen Angst, wie, wie das aussieht, weil es gibt ja Statuen, also ich erinnere an Christiane Runde. Oh, ja. Die sehen so ein bisschen... Ja, aber das war ein Fake, das war ein Fake, oder? War die echt damals? Das war künstlerische Freiheit. Ich weiß nicht. Also, wenn irgendwann mal jemand eine Statue von Carsten Schwengemann baut, dann bitte passt auf, dass ihr die markanten Knochen auch richtig trefft beim Modellieren, weil sonst... Sonst schick ich Jan und Mike vorbei. Ja, sonst könnte es ein bisschen lustig aussehen. Aber ja, ey, Riesennummer, Statue, 3,50 Meter. Im Kasso-Unternehmen, Schüttstiefelagen. Ja, wir kommen vorbei und klären es. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Du hast ein Problem. Was habe ich jetzt gemacht? Ich schicke es dir kurz weiter. Ich schicke es dir kurz weiter. Wir müssen aufpassen, was wir machen. Wir müssen wirklich jetzt aufpassen, was wir machen. Ich habe Jan, der ist ja ungefähr so technikaffin wie ich, wenn du verstehst, was ich meine. Dem habe ich gesagt, Mensch, dass du das auch immer bei Twitch streamst und so weiter und so fort. Und er guckt dir zu. Ja, lieber Jan, liebe Grüße, aber ich muss dir, also du hilfst mir beim Sport machen und ich helfe dir mit deinen Augen. Du musst ganz dringend deinen Dark Mode anmachen. Ansonsten, wenn du, also Jan hat ein Bild geschickt, wie er gerade hier bei Twitch zuschaut. Liebe Grüße gehen raus. Aber Jan, das ist zu weiß. Du musst die Augen. Ja, das geht auf die Augen. Irgendwann braucht er eine Brille. Obwohl, stell dir den mal mit so einer schönen roten Nickelbrille vor. Aber ja, das ist ja auch sehr sympathisch. So, apropos sehr sympathisch. Ich fand die ganze Veranstaltung großartig. Ich fand einen Journalisten mega. Ich fand einen Journalisten von der Boston, Boston Herald war das, glaube ich, der sagte, ja, jetzt ist ja die Frage, wer mal bei den Patriots war. Das waren natürlich wahrscheinlich jetzt die wenigsten von euch. Da steht, also Patriots Plaza, das ist so ein Einkaufsding ins Kirchen, wenn du da im Hotel bist. Wenn ihr mal zu den Patriots fliegen wollt und euch mal ein Spiel anguckt, macht es bitte nicht um die Weihnachtszeit. Ihr werdet aggressiv. Ihr werdet richtig aggressiv. Denn die Hotelzimmer, die zur Plaza raus sind, das ist wie so eine Einkaufs-, also wie so eine Mall, also wie so ein Outlet-Ding in Deutschland. Und da sind so Leute, Restaurants, Bars und Hallor. Und direkt gegenüber vom Hotel stehen Boxen. Und über diese Boxen läuft von morgens acht bis abends 22 Uhr Weihnachtsmusik. Gott, mach dich richtig fertig. Richtig fertig. Ich kenne ja Leute, die finden Weihnachten super. Ich bin ja eher so der Grinch. Hat mich ein bisschen genervt, als wir da waren. Aber dann gehst du die Plaza da runter, da ist dann TV-12, da ist alles Mögliche, so ein paar Outlets, so Kleinigkeiten und so. Five Guys ist da. Und dann gehst du die Treppe runter und dann stehst du vorm Stadion. Und da war bis jetzt immer nur zwei große Helme. Der neue Helm und der alte Helm. Und da soll jetzt also rechts davon Tom Brady stehen. So, dass man ihn, also ihr kennt das, wenn ihr im Stadion und ihr seht da diesen Ausgang mit der Fackel, da Fackel, da Fackel, da drunter sozusagen ist hinten dieser Bereich, wo dann die Statue stehen soll. Und der Journalist sagte, ja, hat denn einer Tom Brady gefragt, wie er aussehen möchte, in welcher Pose oder stellen die da einfach, und das wäre die geilste Überraschung, stell dir das mal vor, die machen ja eine Plane drüber, ziehen ihren runter, das wird ja ganz groß, ganz groß enthüllt. Stell dir mal vor, da steht einfach ein Ziegenbock. Oh, das wäre ein Plottwist. Das wäre cool. Ja. Und dann eben deine wahre Statue. Wäre auch nicht schlecht. Finde ich auch nicht schlecht, ja. Oder einfach Tom Brady, und da es so schwer ist, ihn abzubilden, machst du einfach so einen 3,50 Meter Spieler, aber statt einem normalen Gesicht, Kopf, kommt da ein Ziegenkopf drauf. Oh ja. Auch nicht. Ich sollte Bildhauer werden. Ich weiß nicht, also, du bist der Ideengeber, ich weiß nicht, ob du selber das machen solltest, ob das dann gut aussieht, Carsten, wenn du Bildhauer bist, aber. Ja, da arbeitet man mit scharfen, nee, lass mal, sonst bestelle ich bald 7 Bier statt 10 Bier, wenn ich Fußball gucke. So, apropos Football, es ist jetzt soweit, Freunde. Fangen wir mal mit der elementarsten, wichtigsten. Ja, ja, aber ich habe hier einen nervösen Menschen bei Twitch, der mir auch schon bei WhatsApp geschrieben hat. Er hat in den Twitch-Chat die Frage reingeschrieben und bei WhatsApp. Wollen wir dieses Thema von diesen Menschen vorziehen oder vielleicht ist es sogar das Thema, was du anmoderierst, weil er scheint sehr nervös zu sein. Glaube ich nicht, aber hau raus. Clemens, Clemens ist, glaube ich, gerade auch ein Le Mans tatsächlich und hat einen Wilf aus der Boxenkasse geschickt, kann ich dir auch gerne mal kurz an der Stelle weiterleiten. Liebe Grüße und viel Spaß in Frankreich und zwar Thema Jets, Thema Aaron Rodgers, da ist ja unter der Woche auch. Freunde, da steigern wir uns doch langsam hin. Willst du nicht damit anfangen? Wollen wir direkt den Bus rausholen oder wollen wir erstmal die schönen Nachrichten? Er schreibt, weil ich muss gleich weg. Wir können auch sagen, da musst du es nachhören bei Spotify. Uns kann man ja auch nachhören, das ist ja nicht nur live. Entscheidet Carsten. Wo musst du denn hin? Ich sehe doch gerade das Foto, wie du da gechillt bei Lamborghini das ein oder andere koffeinhaltige Espresso-Getränk. Ja, so, hier, nee, nee, nee. Da musst du nachhören. Uns gibt es zwei Podcasts. Okay, okay. Carsten ist hier Chef. Fangen wir erstmal mit den, ja, fangen wir mit, ja, wir wollen uns ja steigern. Wir wollen ja, weißt du, man fängt ja mit den schönen Sachen an. Ist das so? Dann kommt die Scheiß-Nachrichten. Ja, das finde ich persönlich. Weißt du, sonst schalten die Leute jetzt ab, sagen, oh ja, nee, schon wieder so negativ und immer hauen die auf den Arm Aaron drauf. Ja, ich glaube auch, die ersten 20 Minuten für uns waren sehr negativ. Ich glaube, die haben abgeschaltet, ja. Na gut, also es ist rausgekommen, dass ich zur englischen Königsfamilie gehöre, ja. Dann ist rausgekommen, dass Mike Angst hat, Schotten zu fragen, ob sie was drunter haben. Und dann haben wir ja eigentlich gar nicht. Football ist kein Massenficken, haben wir auch gelernt. Ja, das ist wohl wahr. Football ist kein Swingerclub, haben wir auch gelernt. So, jetzt haben wir aber auch noch etwas gelernt. Denken wir mal an die Jacksonville Jaguars, mit ihrem Trainer rein, Trainer raus, Trainer rein, Trainer raus, aus die Maus. Denken wir mal an die vielen Teams hier, so Patriots hatten das ja nicht. Also die hatten ja immer Bill. So, jetzt ist Bill weg. Und irgendwann beginnt ja eine neue Ära. Was ich total faszinierend finde, 55 Jahre, also das ist älter als ich bin, hatten die Pittsburgh Steelers nur drei Coaches. Chuck Knoll von 1969 bis 91, Bill Kauer von 1992 bis 2006 und Mike Tomlin seit 2007. Und der wird es auch noch bleiben, denn der hat seinen Vertrag verlängert. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde es großartig. Ich habe mich gefreut. Ja, Mike Tomlin, da gab es ja Gerüchte auch, ob er vielleicht ein Sabbatjahr nimmt und aufhört oder ob er zu einem anderen Team geht. Und jetzt, ich finde den Zeitpunkt schon nicht verwunderlich, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es in den nächsten Tagen passiert. Aber er hat seinen Vertrag nochmal um drei Jahre verlängert, ist ja der Coach, der seit zig Jahren es geschafft hat, eine positive Bilanz zu haben. Und an dem Tag, als er verlängert hat, war ich bei RAN in der Online-Redaktion im Dienst. Und wir versuchen immer, die tagesaktuellsten Nachrichten zu kommentieren aus Redaktionssicht. Also das bedeutet, wir nehmen uns ein Thema für diese Nachricht und schreiben dazu halt unsere Meinung runter und kennzeichnen das auch. Und ich wurde von zwei Redakteuren gefragt, ob ich Lust hätte, das in einem Kommentar zu kritisieren. Und ich habe gefragt, warum? Weil ich finde nicht, dass man das zu kritisieren hat, dass die Steelers mit einem der erfolgreichsten Coaches nochmal um drei Jahre verlängern. Aber, und deswegen bringe ich jetzt hier eine andere Meinung mal rein, außer die unsere. Naja, ist das schön und gut, wenn du 16, 17, 18, wie lange auch immer, Jahre immer positiv stehst. Aber es kam ja in den letzten Jahren nicht groß was bei rum. Warum? Ist das wirklich der Weg, den der Franchise gehen sollte? Oder sollst du nicht versuchen, höher zu zielen, sozusagen? Ich persönlich habe dann gesagt, ich finde die Steelers auf einem guten Weg. Ich finde, Mike Tomlin ist ein überragender Coach. Für mich einer der besten Coaches der Liga. Der macht ja auch nur aus dem was, was er hat. Und sind wir ehrlich, die Steelers hatten in den letzten Jahren auch viele Spiele dabei, die irgendwann sehr verwackelt aus dieser Franchise gegangen sind. Und ich bin ein Fan von Tomlin, deswegen habe ich diesen Kommentar abgelehnt und wollte es nicht kritisieren. Ich bin auch nicht immer so Fan davon, immer alles zu kritisieren, sondern erstmal lieber zu gucken, wie es läuft und dann einzuschätzen. Ich glaube jetzt nochmal drei Jahre Mike Tomlin bei den Steelers mit der Truppe, mit diesen beiden Quarterbacks, ist für mich die richtige Entscheidung. Wenn man was bei den Steelers kritisieren kann, dann glaube ich eher, was sie auf der Koordinatorenposition machen. Da muss man vielleicht mal gucken, ob das die richtige Entscheidung war. Aber Tomlin habe ich abgelehnt, negativ zu kritisieren. Und zu Recht. Denn ganz ehrlich, Big Ben in Rente gegangen. Dann hier, ihr wisst schon, verwaggelt und verwaggelt, streiken sich da irgendwie raus, wollen weg, fertig, aus. Ja, bei den Koordinatoren, da muss man, du weißt schon, keiner hier, keiner da, Kanada und so. Das war jetzt eher so suboptimal. Aber, wie du gerade sagst, man kann ja nur mit dem Personal arbeiten, was man an die Seite gestellt bekommt. Und da sind wir wieder beim Punkt. Wenn du dir anguckst, was Mike Tomlin teilweise auch in der Zeit geschafft hat, als Big Ben verletzt war und so weiter und so fort, mit Backup Quarterbacks und, 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 und. Das ist jetzt schon alles so sechs, sieben Jahre her. Aber, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich komplett bei dir, muss man nicht kritisieren, weil, ähm, wen hättest du denn jetzt holen sollen? Wieder irgendein College-Coach, dann funktioniert das nicht und dann, hm, ah, hm. Nochmal, das ist eine Traditions-Franchise, diese Franchise. Okay. Hat Deutschland schon gespielt? Habe ich was verpasst? Ist was los? Wieso bin ich jetzt im Glockenbach-Viertel? Mann! Ich wohne hier auf dem Land, wer hupt denn hier? Das war wahrscheinlich hier ernst mit seinem Trecker oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ist es ja jetzt wirklich so, wenn du mal guckst, wie die Mentalität da ist, das ist diese klassische, äh, ne, Working, Blue Collar, Tralala. Ich glaube ganz ehrlich, ähm, das ist der richtige Schritt. Und wenn es jetzt in drei Jahren immer noch so erfolgreich ist wie vorher, dass immer noch Winning Seasons dabei rauskommen und Playoffs, dann ist doch schon mal der richtige Weg. Gucken wir doch erstmal, wie soll jetzt dieses ganze Projekt, Russell Wilson, ETC, wenn das funktioniert, dann ist Mike Tomlin der, der sich zurücklehnt, und Mike Stiefelhagen bei Ranern ruft und sagt, siehst du, Buddy, deswegen hast du mich nicht kritisiert, hab dich lieb. Ja, vor allem, ich glaube, es gibt so viele Teams, die würden sich, äh, die lächeln danach, so einen Trainer zu haben. Äh, wir sind ja auch bei vielen Franchises so unterwegs, dass sehr viel, ähm, dass das nicht so stabil läuft und dass du immer wieder dich neu erfinden und, ja, versuchst, Neues zu entwickeln und es klappt nicht. Und Mike Tomlin ist für mich da eine absolute Konstante und führt dieses Team, ähm, ja, mit 52 Jahren ist er auch jetzt nicht so alt, ne, also du denkst ja, Mike Tomlin, der ist ja schon 70 gefühlt, weil er seit tausend Jahren schon Trainer ist, aber der ist noch im besten Coach, Alter, und, ähm, ist ja auch bei sämtlichen Umfragen immer einer der beliebtesten Coaches bei den Spielern. Also, ich wüsste, die Steelers-Defense ist traditionell gefürchtet, also, ja, ich bin auch bei, es müsste jetzt mal wieder ein größerer Wurf kommen, also, ne, Big Ben, wir haben ja schon mal den Super Bowl gewonnen, aber jetzt muss wieder der Trend dahingehend weiter in den Playoffs zu kommen, das weiß Mike Tomlin ja selber auch, deswegen hat er vielleicht auch ein bisschen damit gespielt, mit dem Gedanken, mal eine Pause zu machen, um sie vielleicht ein bisschen neu, ja, aufzuladen, aber wenn der bleiben will und du bist dieses Pittsburgh Steelers, solange der jetzt nicht zwei, drei Jahre komplett in den Sand setzt, glaube ich nicht, dass er geht. Nein. Aber wo geht, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, über kryptische, musikalische Botschaften, die von Darren Waller, dem Giants, aktuellen Giants, damals Raiders Titan, in die Welt getragen wurden, und jetzt ist es tatsächlich passiert, er hat gesagt, thank you very much, ähm, hier, Football spielen ist Quatsch, ich bin raus, ja, er hat jetzt gesagt, ich hänge den Helm an den Nagel, ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht warum, also ja, Verletzungsprobleme und, 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 ähm, aber ich habe keine Begründung gefunden, so nach dem Motto, mein Körper hört nicht mehr auf mich, ich kann nicht mehr, sondern das war ein wirklich simples Job, danke, ich bin raus, wenn mich einer sucht, ich bin in Rente, ähm, er wird mir fehlen, hundertprozentig. Ja, zumal Darren Waller ja auch sich Zeit gelassen hat bei dieser Entscheidung, ne, also die Giants haben ja so ein bisschen damit gerechnet, wir haben darüber gesprochen, und es hat sich angebahnt, aber das ist ja auf jeden Fall ein Prozess gewesen, dass er sich überlegt hat, aufzuhören oder nicht, das war jetzt nicht, dass er sofort gesagt hat, jo, ich bin weg, sondern, ähm, ja, er hat es sich überlegt, und man muss halt sagen, neben dem körperlichen Aspekt, ähm, der ist 31 Jahre alt, gab es schon andere Spieler, die rund um das Alter aufgehört haben, aber der hätte noch was im Tank gehabt, also ich glaube, dass die Giants, als sie ihn losgeeist haben von den Raiders, schon darauf gehofft haben, dass er der nächste Titan für die nächsten Jahre wird, und die haben sich da jetzt auch verspekuliert, und ich kann, ich bin jetzt weit entfernt, bin aus der Distanz, aber der hat sich halt auch vor, vor kurzem, vor paar Monaten erst geschieden, und es scheint ja so, hat er auch musikalisch ausgedrückt, dass er da mental auch, äh, etwas mitgenommen wirkte, und ich mache mir da in erster Linie erstmal Sorgen und hoffe, dass der Mann, äh, wieder, ähm, der ja auch eine bewegende Vergangenheit hat, äh, klarkommt und, und einen Weg findet im Leben, mit dem er glücklich ist, weil er schien jetzt zuletzt sehr, äh, ja, nicht gefestigt. Neben der Spur. Genau, neben der Spur, und deswegen jetzt die Entscheidung, mit Football aufzuhören, Football gibt dir auch eine gewisse Stabilität im Leben, du hast deine Struktur, du hast deine Abläufe, klar, du hast auch den Wettbewerbsdruck, aber Football kann ja auch helfen, wenn sowas privat passiert, wieder, ja, nicht abzulenken, aber aufgefangen zu werden, also ging's mir ja auch, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bei vergangenen Beziehungen, wenn die vorbei waren, oder irgendwas Privates schlimm passiert ist, dann hat mir der Job auch schon geholfen, trotzdem in meinem Rhythmus zu bleiben, in meinem Takt zu bleiben, morgens aufzustehen, was zu machen und nicht fünf Tage die Woche irgendwie zu Hause auf dem Bett zu sitzen, überleben, nachzudenken, weil dann, der Begriff ist, glaube ich, Overthinken, dann denkst du zu viel nach. Und deswegen hoffe ich, dass er ein Umfeld hat, was ihn jetzt auffängt, weil ansonsten kannst du dich daran verlieren. Ja, und das wäre genau mit der Vergangenheit, die der junge Mann hat, natürlich tödlich. Kennt jeder, kenn ich auch, man sitzt hier und sagt so, ja, was mach ich jetzt? Ach, heute ist Freitag, endlich hab ich Maik. Wenn du jetzt rein theoretisch in diese Situation kommst, dass du noch mehr über dein Leben nachdenkst, weil du verlassen wurdest, weil du gegebenenfalls auch gar keine Lust mehr auf diesen NFL-Zirkus hast, dann freut es mich, dass er wenigstens die Musik hat. Wir sprachen schon in der letzten Folge drüber, wie wichtig das ist, mit Freunden zu sprechen. Wenn ihr irgendwann mal in so einer dunklen, ganz dunklen Phase eures Lebens seid, wo ihr sagt, das macht alles keinen Sinn, sprecht mit Freunden, sucht euch Freunde, mit denen ihr darüber sprechen könnt oder holt euch wirklich professionelle Hilfe. Das ist keine Schande. Nochmal, jeder hat irgendwann mal eine Phase im Leben, wo man gegebenenfalls Hilfe braucht und dieses Ganze, nee, brauche ich nicht. Freunde, Härte zeigt sich auch manchmal dadurch aus, dass man einfach sagt, ich brauche Hilfe. Weil es gibt so viele Sportler, auch ein Lionel Messi, der jetzt in einem Interview gesagt hat, dass es ihm deutlich besser geht, seitdem er mit Experten spricht, mit Psychologen spricht. Und da, ich meine, du hast als Sportler ja obendrauf nochmal einen extremen Druck, weil deine Arbeit öffentlich bewertet wird und du da sehr viel lesen musst. Also das kann auf jeden Fall sehr, sehr helfen, um das Darren Waller-Thema nochmal abzuschließen. Er hat ja offiziell gesagt, warum er aufhört, um das mal mitzugeben, dass er einfach diese Leidenschaft, die er immer für Football hatte, gerade nicht mehr spürt und deswegen seine Zeit, die er hat, in Dinge investieren will, auf die er Lust hat und sich ausleben möchte. Er möchte kreativ sein, er möchte die Welt sehen, er möchte reisen, er möchte mehr Zeit in die Musik stecken, er möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, ein besserer Freund werden und das alles kann er nicht erfüllen, wenn er Football spielt. Das ist jetzt seine offizielle Begründung. Also auf jeden Fall, ja, nicht nur wegen körperlichen Schmerzen aus den letzten Jahren, sondern schon eine Entscheidung vom Kopf. Ja. Das muss man akzeptieren. Das ist ein bisschen bitter für die New York Giants. Ich wünsche ihm alle, wünsche ich. Ja, für die Giants einen absoluten Halbtraum. Du verlängerst Daniel Jones und sagst, ja, jetzt haben wir hier alles zusammen. Dann ist Barclay plötzlich weg, jetzt ist Waller weg. Ist eine ähnliche Situation. Ich habe da so ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich habe ja viel Zeit. Ich sitze ja auch zu Hause und denke viel nach. Dementsprechend habe ich viel rausgesucht, Zahlen für die Buffalo Bills. Da kommen wir aber später zu. Jetzt haben wir erstmal was ganz Wichtiges. Was ganz Wichtiges, nämlich so modetechnisch. Hier drücken wir auf Play. Moin Carsten, moin Mike. Ich habe mal eine Jersey-Frage, weil das interessiert mich mal tatsächlich. Geht da speziell um die Dolphins. Die Dolphins haben doch normalerweise als Heimtrikot das Türkise-Trikot. Also wenn man jetzt nach Metten geht. Das ist noch das Heimtrikot, das Türkise und das Auswärtstrikot ist das Weiße. Jetzt ist mir aufgefallen, vor allem in dieser Saison, die spielen ja fast immer in den weißen Trikots. Egal, ob sie auswärts oder zu Hause spielen, die spielen ja gefühlt immer in weiß. Beziehungsweise mehr in weiß als in Türkis. Wisst ihr, woran das liegt? Wie die Teams das entscheiden, in welchen Jerseys sie spielen? Weil bei den Dolphins ist mir extrem krass aufgefallen, dass sie eigentlich immer in ihren Auswärtstrikots spielen und total selten in Türkis. Meine Frage an den Dolphins-Fan Carsten, ob er weiß, woran das liegt. Liegt das vielleicht daran, dass die Dolphins sich denken, wir wollen Türkis nicht so oft spielen, damit das was Besonderes ist? Oder woran liegt das? Würde mich mal interessieren tatsächlich. Ansonsten schöne Grüße, viel Spaß beim Podcasten und ja, dann dauert es ja nicht mehr bis zur neuen Saison. So, Freund, lass dich doch nicht immer von Madden irritieren. Brechen wir es mal runter. Maik und ich gehen Sport machen in München im Hochsommer, in einem Stadion, was keinen Schatten bietet. Würde ich da gerne in Türkis dunkel spielen oder lieber in weiß hell? Maik würde sagen, lass uns lieber in weiß spielen. Ich bin konditionell noch nicht so fit. Jan hat mich noch nicht so geschliffen. Ich würde sagen, ich bin alter Mann, gib mir weiß, dann schwitze ich nicht so. Das ist der einzige Grund. Miami spielt gerne in weiß, wenn die Sonne knallt. Ist relativ simpel und relativ logisch, denn Miami ist das Team, was die gegnerische Teamzone ohne Schattenspender komplett auf die Sonnenseite des Lebens gestellt hat. Die wissen schon, was sie tun. Und Türkis ist halt dunkler als weiß. Ja, du hast die türkise Hose dann dazu, aber weiß wird tatsächlich gewählt, wenn es knaller heiß ist. Ist ja auch schlau. Also würde ich ja genauso machen. Ja, sagst du jemandem, der gefühlt bei der DTM immer in dunkelsten Shirts rumläuft bei 35 Grad? Also ich bin da auch nicht so clever, wenn ich das ehrlich bin. Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber das ist okay. Ich wollte nicht nochmal reingrätschen, aber ich wollte bei den Giants nochmal ganz kurz nachfügen, dass sie mit Daniel Ballinger auch einen Titan jetzt noch haben hinter Warder, der sich ja gut entwickelt hat, der schon Hoffnung macht, dass der so ein bisschen in die Fußstapfen treten kann. Und sie haben mit Theo Johnson ja noch, oder Theo in dem Fall Johnson, noch einen guten Titan gedraftet. Also nur, um für alle Giants-Fans zu beruhigen. Ihr habt da noch was hinten dran, aber das ist natürlich jetzt nicht der Darren Waller Prime-Spieler, dem man gedacht hat, dass man ihn holt. Und, um das Giants-Thema noch zu kompletieren, es gab ja jetzt auch ein Video, unter anderem von Malik Neighbors im Training, da waren schon ein paar Catches bei, vom Rookie-Receiver, den sie geholt haben, die machen Hoffnung. Also es sind Trainingsvideos, muss man ja immer wieder sagen, aber Malik Neighbors, es macht Hoffnung, dass sie vielleicht hier einen Spieler gefunden haben, der ihnen extrem weiterhilft. Ja, und deswegen, also habe ich auch gesehen, fand ich auch gut, aber nochmal, es ist immer Training, also ohne Feindkontakt, ohne Tüli-Tadalas und ohne Druck. Aber, da sind wir wieder sportpsychologisch, wenn du im Training gut performst, dann kannst du natürlich auch diesen Hype innerlich mit zum Spiel nehmen. Apropos mit zum Spiel nehmen, wir waren gerade bei den Herrschaften, die manchmal in Orange, manchmal in Türkis und öfter in Weiß spielen. Und wir, ich weiß auch nicht, was wir da machen in Miami, aber ich glaube, wir stellen so ein All-Star-Ensemble zusammen, denn die Miami Dolphins, für alle da draußen, die es nicht mitbekommen haben, haben sich mit Calais, ich habe die tiefste Stimme der NFL, ihr wisst schon, Calais Campbell, hallo, ich bin Calais, haben sich geeinigt, zack, bumm, ja, jetzt haben wir zu Jalen Phillips, Bradley Chubb, Shaq Barrett, Chubb Robinson und Mo Camara haben wir jetzt auch noch Calais Campbell. Ach du Schreck, der Quarterback ist weg. Josh, wie geht's dir? Geht's dir gut im Buffalo? Wir kommen. Ich mag den Mann, also geiles Signing wieder für die Dolphins, die machen das sehr, sehr clever, ich lobe ja Miami seit Jahren schon viele Roster-Moves, machen sie wieder sehr, sehr gut. Seine 17. NFL-Saison, das ist schon Wahnsinn. Und ich werde nie vergessen, wie er damals bei All or Nothing bei den Arizona Cardinals in die Locker-Room kam und ich weiß gar nicht, waren es Cookies? Ich habe jetzt selber Cookies gemacht und hat uns einen ganzen Locker-Room verteilt. Also Calais Campbell, ein sehr sympathischer Spieler, aber auch ein extrem guter Football-Athlet. Also wenn du 17 Jahre NFL spielen kannst, dann musst du deinen Körper fit halten und der Mann ist nach wie vor gut und bringt eine Menge Erfahrung mit, also ganz egal, wo der hingegangen ist, der hat den Locker-Room aufgewertet, guter Locker-Room-Guy, wie man sagt. Von daher, für die Defense, die Löcher hat bei den Dolphins ein überragendes Signing. Es tut mir sehr leid, so viel zu loben, aber Miami macht das schon sehr, sehr, sehr gut. Ja, muss man leider sagen. 37 Jahre alt und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber, nee, seit 2019 nicht ein Spiel verpasst, liebe Freunde. Das muss man auch mal erstmal hinkriegen. Was ich persönlich besonders toll finde, ist eben nicht nur die sportliche Leistung, sondern du kriegst da so einen richtigen, ja nicht nur das Krümelmonster der Kekse verteilt, aber nochmal, 2019 auch Walter Payton Man of the Year Award Gewinner, also das ist schon mal richtig cool und für viele, die jetzt da draußen sagen, ja, aber überleg mal, der war in Arizona, da ist ja eher so wenig und nicht, dass der jetzt irgendwie so früh rennt und Miami und ein bisschen viel Golf spielen und ein bisschen viel Party. Freunde, der hat seinen College-Handler bei der U, also bei den Hurricanes gelernt und jetzt wird es besonders spannend, trifft wieder auf seinen Defensivkoordinator, also ihr wisst schon, den er bei den Ravens gespielt hat, Anthony Edwards. Also besser geht es eigentlich nicht. Sehr, sehr smartes Signing, ich glaube, das wird vorne Krawall und Remy Demme geben. Ja, ein kleines Homecoming tatsächlich auch, also sehr, sehr starkes Signing, plus sie haben ja auch noch Marcus May geholt, also Safety, der auch zuletzt bei den Jets und Saints gespielt hat, der Jevin Holland und Jordan Poyer unterstützen wird bei den Defensive Backs, also Miami macht das sehr, sehr gut. Gut, ich sage das gerne nochmal, es tut mir ein bisschen weh, aber ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Plus Shaq Barrett ist da jetzt auch unterwegs, also der und Campbell, ei, 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 also da bin ich gespannt, wie meine Patriots da mithalten wollen. Vergiss mal die Monsters of the Midway damals, jetzt kommen die Monsters aus Miami. Apropos Monsters aus Miami, wir haben ja damals den blöden Fehler gemacht, dass unser Owner sich hat erwischen lassen, als er unbedingt auf einem Boot mit Tom Brady gesprochen hat. Tampering ist hier das Stichwort und dazu haben wir eine Sprachnachricht, denn, ja, die Falcons waren auch ein bisschen zu zügig. Moin, sind ja beiden, Gossheimer wieder hier. Gibt es wirklich kein geregeltes Strafmaß in der NFL? Also, Entschuldigung, das ist jetzt eine Einladung, was Roger Goodell da gemacht hat, die Tampering-Regel so drauf zu scheißen, einen Fünftrunden-Pick, der Ernst, nachdem sie die Dolphins zugeben bei zwei Leuten, nämlich Brady und Peyton, mit einem First- und Drittrunden-Pick bestraft haben? Ernsthaft? Ja. Gibt kein eindeutiges Strafmaß. Also, ich meine, brechen wir es mal runter. Wir reden über die Falcons und wir reden über Kirk Cousins. Und Kirk Cousins, ja, der war also eigentlich, Free Agency war offen und der Vertrag war schon unterschrieben. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Er unterschreibt also einen Vier-Jahres-Vertrag bis zu 180 Millionen. Und jetzt sitzt er in der Pressekonferenz und erzählt, ja, und ich habe vorgestern ja schon, ah, Digga, das ist teuer. Teuer in diesem Falle nur ein Fünftrunden-Pick und 250.000 Dollar. Ja, also finde ich jetzt auch zu wenig, ehrlich gesagt. Ja, es ist halt ein Problem, weil du es nicht richtig greifen kannst. Und es wird ja auch nicht transparent kommuniziert. Also, man darf zu gewissen Zeiten nicht mit anderen Spielern reden. Das ist erstmal die Erklärung für alle Casual-Zuhörer, die jetzt nicht sofort wissen, was Tampering bedeutet. Und wenn du das tust, wirst du bestraft. Und wie gerade gehört, gab es in der Vergangenheit schon Fälle, wo du deutlich härter bestraft worden bist, als nur ein Fünftrunden-Pick und eine Geldstrafe. Aber eigentlich musst du das irgendwie festlegen im Regelbuch. Wer mit anderen Spielern spricht, zack, gleich diese Strafe. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Abstufungen gibt, dass du sagst, wenn du einmal Auslöser anrufst, dann geht's noch und bei dreimal anrufen ist es schwierig. Das müssen wir halt mal rausfinden, weil das könnte erklären, warum hier ein milderes Maß genommen wird. Aber wenn die NFL das nicht erklärt und einfach nur sagt, yo, hier fünf Runden-Pick, da drittrunden-Pick, dann ist natürlich klar, dass die Reaktion der Fans ist, hä, warum werden die jetzt nicht so bestraft wie die anderen? Deswegen finde ich hier, NFL einmal keine klaren Regeln und das Zweite ist, nicht sehr gut kommuniziert, weil so kommen die Fragezeichen auf. Ich dachte auch, okay, wenn sie dagegen verstoßen haben, dann ist das eine sehr milde Strafe. Zumal sie auch gegen die Eagles ermittelt haben, da nichts als Strafe festgesetzt haben. Da wünschte ich mir so ein bisschen Transparenz. Also was war jetzt genau der Vorwurf, was ist nicht passiert, was ist passiert? Weil das hilft dir nur zur Aufklärung und dazu bei, dass andere Teams das nicht vielleicht auch aus Versehen machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch den Verhörern uns irgendwas nicht bewusst gewesen. Vielleicht war es doch Absicht. Also mir fehlt ja so ein bisschen die Aufklärung an der Stelle. Also nur für alle da draußen, wenn ihr jetzt sagt, ja, aber man kann doch mitsprechen. Nein, kann man nicht. Also die Teams sind nur berechtigt mit Free Agents und den jeweiligen Agenten der Free Agents in dem Zeitfenster 52 Stunden, ja nicht 48, 52, verstehe ich auch nicht, ist egal, wenn die Liga ins neue Liga-Jahr startet. Sie dürfen auch nur mit den Agenten sprechen und nicht direkt mit den Spielern. Ausnahme ist, der Spieler hat keinen Agenten. Okay, also alles gut. So, Cousins ist aber tatsächlich vertreten durch Mike McCarthy, so heißt sein Agent. Und dadurch, dass er im Interview sagte, ja, ich habe ja schon mit dem gesprochen vor drei Tagen und so weiter und so fort, war jetzt nicht so smart. Was das Ganze für mich noch ein bisschen undurchsichtiger macht, ist, wir reden ja nicht nur von zu früh gesprochen mit dem Agenten oder mit den Spielern Kirk Cousins, sondern wir reden auch von Daryl Mooney und wir reden auch von Charlie Warner. Das sind drei insgesamt. Der General Manager, Terry Fontenot, muss selber 50.000 Dollar Strafe zahlen. Das wird Arthur Blink aus der Portokasse bezahlen. Der wird sagen, mir doch egal, Hauptsache wir haben das Personal, was wir wollen. Dafür verlierst du einen Fünftrunden-Pick. Springen wir ein Jahr zurück mit Tom Brady, Sean Payton, der Owner der Dolphins gesprochen. Das war ein Erst- und ein Drittrunden-Pick. Also 1923, ein Erstrunden-Pick und 2024, ein Drittrunden-Pick. Wir hatten das Ganze auch schon mal bei den Chiefs 2016. Da war es Jeremy Macklin, da gab es einen Drittrunden- und einen Vierrunden-Pick-Abzug. Ich verstehe das alles nicht. Also einigt euch doch mal, schreibt doch mal so, weißt du, wie so ein Strafenkatalog. Weißt du, Spucken auf den Rasen kostet 50 Euro, zu früh anrufen kostet Drittrunden-Pick oder so. Kann man sich doch mal, weißt du, schreibt mal runter. Das ist doch nicht so schwierig. Ja, bin ich bei. Wo wir Verträge sprechen, die abgeschlossen worden sind. Wohin gehen wir jetzt? Ja. Mein Zugführer. Zugführer? Zug, Zug. Du entscheidest, wo lang? Welche Station jetzt kommt? So, meine kleine Lokomotive. Bevor wir jetzt über Geld, Geld und nochmal Geld sprechen. Drücke ich für dich einfach auf Play. Weil du es nicht aushalten kannst, den armen, armen Aaron wieder vor den Bus zu werfen. Warte, warte. Mach mal voll die Kalesche. Schön, viel Reifendruck. Mike will jetzt Bus fahren. Ich drücke auf Play. Hallo Carsten, hallo Mike. Hier spricht Robert, euer Peckers-Penner aus Wolfsburg. Ich habe fast Tränen gelacht, Mike, bei deinem Artikel auf RAN.de mit dem Flugzeugmotiv. Ich weiß jetzt gerade den Titel nicht mehr. Beruchpilot Aaron Rodgers, so sinngemäß. Hast du wirklich journalistisch gut gemacht. Muss ich jetzt als Lehrer einfach mal loben. Deutsch, Note 1. Ich habe nur mal eine Frage an euch jetzt. Wundert euch das? Mich ehrlich gesagt nicht. Ich sitze da so ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge. Weil in den letzten Off-Seasons waren es immer die Peckers. Da war immer Unruhe. Rodgers hat Scheiße gemacht. Es gibt irgendwelche OTAs. Kann einfach auf gut Deutsch sein Maul nicht halten. Auf jeder Pressekonferenz kündigt irgendwas an. Hat er ja nach seiner Verletzung auch gemacht. Große Töne. Und jetzt bringt er schon wieder richtig Unruhe. Und die Jets in Erklärungsnot. Ich glaube tatsächlich, dass es zu einer Bruchlandung wird. Wie schätzt ihr das ein? Und vielleicht mal als Gegenbild. Ich glaube, bei den Peckers ist Ruhe. Das ist eigentlich auch mal ganz schön. Wollte ich einfach nur mal loswerden. Und ich freue mich auf euren Podcast. Ciao, ciao. Ja, um für alle, die vielleicht jetzt nicht im Thema sind. Also, die Jets trainieren. Und alle sind da. Also alle. Nur nicht der Star Quarterback. Der Mann, der es richten soll, der ist nicht da. Der hat gesagt, nee, ich habe einen wichtigen Termin, Coach. Ich kann nicht. Sorge natürlich jetzt für dieselbe Unruhe, die es schon bei den Peckers gab. Denn da war ja auch oft genug, nee, ich bin nicht da, ich kann nicht und ich will nicht und nicht hier. Und da bin ich lieber in der dunklen Höhle und da bin ich im Keller und ich lecke an irgendwelchen Kröten oder züchte irgendwelche Pilze. Jetzt ist er tatsächlich in New York nicht da. Nochmal, das ist die Medienmetropole der Welt. Und deswegen gab es jetzt natürlich unter den Journalisten Krawall und Remi Demi. Und für alle, die das eben so beiläufig nur gehört haben, sehr zu empfehlen, der Artikel von Mike bei RAN.de. Der ist wirklich gut, muss ich mal sagen. Man muss auch mal loben, wenn man loben kann, ne? Vielen lieben Dank. Ich habe den Artikel tatsächlich nicht geteilt, weil ich ein bisschen beleidigt war, dass der Redakteur, der es redigiert hat, meine Headline verändert hat. Also für alle, die das nicht kennen, es läuft so, ob du so einen Artikel schreibst. Und dann checkt das irgendein anderer Redakteur nochmal gegen auf Rechtschreibfehler und Co. Und scheinbar hat irgendwer dann nochmal die Headline verändert. Und dann dachte ich, ja, okay, dann mach das, wie ihr wollt. Und zwar ist die jetzige Headline New York Jets, Aaron Rodgers führt die Franchise in den Abgrund, ein Kommentar. Und ich hingegen habe ja die ganze Zeit in dem Artikel mit dem Wortspiel Jets, Flugzeug, Pilot, Rodgers gespielt. Und deswegen war meine Headline Aaron Rodgers pilotiert die Jets gehen Abgrund. Und das fand ich ganz schön, weil das nochmal, weil das ein bisschen auch den Text dann aufgreift. Weil sonst ist ja eine Standard-Headline mit führt Franchise in den Abgrund und du verstehst gar nicht, dass es um Flugzeuge und Co. geht. Aber ist auch egal. Ja, ich habe da einfach genau das runtergeschrieben. Du hast gerade schon erklärt, es fangen jetzt die Camps an oder die Trainingseinheiten, wo du da sein musst, also die verpflichtend sind. Und es ist ja nicht nur Aaron Rodgers, auch Hazen Reddick hat gefehlt. Und ich finde das halt ein fatales Zeichen. Also Salah hat ja erklärt, dass das abgesprochen sei, beziehungsweise dass Rodgers das angekündigt hat. Trotzdem wird es eine Strafe geben, weil er fehlt und nicht fehlen darf. Und auch hier mangelnde Transparenz. Es geht um irgendein Event, was ihm sehr wichtig ist, wo er teilnehmen will, was er, ich weiß nicht, hosten will. Keine Ahnung. Und deswegen fehlt er. Das Treffen der Ayahuasca-Fanatiker Nordamerikas. Mein Mann, Spaß. Ich habe keinen Schimmer. Und deswegen fehlt er. Eine Woche lang beim Training. Also was ist das für ein Event? Muss da irgendwie sich mental drauf vorbereiten? Eine Woche beim Training fehlen? Deswegen habe ich einfach gesagt, ja, in New York ist alles wie die Story eines neuen Superhelden, der sich am Anfang verletzt und jetzt ein großes Comeback feiern könnte und gegen die Bösewichte der Liga kämpfen kann. Aber nein, der Superheld aus New York hat andere Termine und deswegen ist er nicht bereit, sich dafür vorzubereiten und zu trainieren. Und das kombiniert mit seinen ganzen Interviews, seinem politischen Interesse, Aussagen wie vielleicht lieber Politik statt Jets, finde ich einfach, die Franchise setzt komplett auf Aaron Rodgers. Holen jeden Spieler, pumpen in die Offensive, ballern Geld raus, holen ihn für sehr viel, setzen alles auf diese Karte. Und bisher konnte er nichts machen außer ein paar Plays spielen, bevor er sich bittererweise verletzt hat. Und jetzt kann er sein Comeback feiern. Hat doch groß getönt, ich komme schneller zurück und ich bin da. Wurde nichts, weil das Team halt schon raus war. Jetzt kann er loslegen und jetzt, wo es darauf ankommt, hat er andere Termine. Und das ist für mich halt einfach eine Außenwirkung. Und man kennt das ja auch in Sportmannschaften, das wird im Locker Room ein Thema sein. Also warum soll ich mir meine Knochen hinhalten, wenn unser großer Aaron Rodgers andere Termine hat? Also ich finde das einfach aus jeglicher Perspektive kein gutes Zeichen. Und eine Aussage, die ihm halt jetzt komplett um die Ohren fliegt, damals als er gesigned wurde, war, er hat gesagt, Bullshit-Verhalten, welches nichts mit Siegeswillen zu tun hat, muss das Gebäude in New York verlassen. Das hat er gesagt, als er bei den Jets unterschrieben hat. Ja, also Bullshit-Mentalität muss weg. Ja, was ist denn das, Aaron? Gehst du jetzt selber? Oder wie kann man das verstehen? Also er lebt Worte vor, die er selber nicht einhält. Und Menschen, die das einhalten, die so leben, die viel von anderen erwarten, aber selber es dann nicht auf den Punkt bringen, damit kann ich wenig anfangen. Und das fängt für mich halt auch beim Training an. Und deswegen, ich habe den Artikel auch gerade hier in den Twitch-Chat reingeschickt, wenn ihr mal durchlesen wollt. Ich habe es halt zusammengefasst mit, alle sind bei den Jets ready for Takeoff, außer der Pilot. Der fehlt. Ja. Der fehlt. Es ist ja wirklich so. Also du bist ja da so auf den Punkt und du hast den Finger so in der Wunde. Aaron Rodgers ist ja, er polarisiert, das ist völlig klar. Aber, und das ist der Punkt, Menschen, die Wasser predigen, aber selbst Wein saufen, finde ich immer sehr, sehr suspekt. Und ich habe damals wirklich, ich bin ja immer so ein Freund von eine zweite Chance, ist immer gut. Ich hatte eine vorgefestigte Meinung zu dieser ganzen Aaron Rodgers, Green Bay, ich will den und ne, 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 man rumgebitsche und so. Jeder kann machen, was er will. Wenn er privat irgendwie gerne Bewusstseinserweiter ist, nicht meine Welt, aber wenn er meint, er müsste irgendwelchen Kröten, Kröten die Rosette pupsten, dann soll er das machen. Das ist mir scheißegal. Als er nach New York kam, habe ich zu Mike damals noch so gesagt, nicht in der Folge, sondern gesagt, ganz ehrlich, coole Aussage, genau das, was Mike gerade zitierte. Ich glaube, der hat, der hat gelernt durch dieses, ich sitze da im Dunkeln und reflektiere mich vielleicht mal selber. Und denk mal drüber nach, was habe ich falsch gemacht. Kann man ja alles machen. Also so. Aber irgendwie ist das jetzt wieder der Rodgers, den ich vorher nicht mochte. Und das verwundert mich so. Wenn du schon die Chance bekommst, die Jets dir einen roten Teppich ausrollen, dir das Personal besorgen, was du haben willst. Ey, wie strunzenblöd musst du sein, zu sagen, ich bin dann jetzt aber erstmal eine Woche nicht da, weil ich muss irgendwas machen. Das ist doch völliger Quatsch. Was für eine Außenwirkung. Du zeichst auch, du bist wieder der, der vorher den Leuten auf den Sack ging. Wenn es jetzt irgendwas Wichtiges ist, mit der Familie, ich weiß es ja nicht, dann habe ich dafür ja Verständnis. Aber dann kommuniziere das doch. Du musst ja nicht komplett privat werden und erzählen, was jetzt Schlimmes abgeht zum Beispiel. Aber du kannst ja sagen, es gibt einen Familienvorfall, der nimmt dich jetzt einige Zeit ein. Ich bin erstmal raus, aber ich komme dann stärker zurück. Das ist eine ganz andere Außenwirkung, als zu sagen, yo, ich habe ein Event, ich bin weg. Und das ist das Problem. Und das ist halt auch dann, also seien wir ehrlich, es wird wahrscheinlich nicht viel ausmachen, weil wir haben noch viel Zeit, bis die Saison startet und Aaron Rodgers wird dann fit sein. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass er jetzt an Spieltag 1 nicht bei 100% ist. Das wird er sein. Aber es geht um die Außenwirkung. Es geht darum, was das mit dem Lockerroom macht. Es geht darum, wie du als Gesicht der Franchise deine Franchise darstellst in den Medien. Also ganz Twitter ist voll mit irgendwelchen witzigen Videos, die sich über die Jets und Rodgers lustig machen. Also du hast ja auch eine Verantwortung als jemand, der so einen Vertrag bei so einer Franchise auf dieser Position hat. Und deswegen, das kritisiere ich. Ich kritisiere nicht, dass er jetzt Spieltag 1 schlecht spielen wird, sondern ich kritisiere, wie er mit dieser Franchise umgeht. Und das fängt auch schon vor ein paar Wochen an, wenn er in irgendwelchen Podcasts sitzt und sagt, ja, wenn ich hier Vizepräsident gewesen wäre, dann hätte ich den Jets gesagt, ich bin weg. Und das kannst du nicht machen. Das ist ein Millionengeschäft. Da sind so viele Jobs dran, so viele Mitspieler dran, die sich den Arsch aufreißen. Und du setzt dich in irgendwelche Talks rein und machst einen auf Houdini. Keine Ahnung. Und deswegen fühle ich nicht. Bin ich bei dir. Ich will euch jede Woche sagen, dass du die der Woche. Ist auch ein bisschen langweilig, aber der hat einen guten Lauf gerade. Also der ist so, weißt du, wie bei McDonalds hier diese Mitarbeiter der Woche. Der hängt hier regelmäßig. Das Bild stauft schon. Da brauchen wir eigentlich nur die Woche umkleben. Ja, ist halt in der Außenwirkung auch scheiße. Also du hast junge Spieler, du hast eine Franchise, die jetzt muss, also die muss jetzt mit dem Personal, mit der Investition, mit all dem, was du getan hast, um jetzt da vorne gegebenenfalls mitzuspielen. Nochmal, wir reden von einer Division, wo die Bills, da weiß ich nicht, wer da die Bälle fangen soll. Ist mir jetzt auch egal. Aber überlege ich mal, die Bills waren immer mit den Patriots relativ weit oben. So, dann kamen die Dolphins wieder auf. Die sind jetzt auch erstarkt. Und jetzt bist du die Jets. Digi, das ist, wie lange ist das her, dass die mal Playoffs richtig, also erfolgreichen Football gespielt haben. So, und alle reden jetzt, seitdem Rodgers da ist, also Flagge reingelaufen, theatralisch. Da hatte so ein bisschen was von Apollo Creed gegen Ivan Drago. Oh, großes Opening. Ja, wir haben jetzt Aaron Rodgers, jetzt wird, oh, warte mal, war wie, der ist schon verletzt raus. So, letztes Jahr war schon der Hype da, zu sagen, ja, die Jets, die gewinnen den Superbowl. Das ist doch völlig klar. Jetzt, mit noch mehr Investitionen, ist die Erwartungshaltung noch größer. Und dann kannst du doch nicht, also wie dumm kannst du sein, das erwarte ich ja auch von meinen Spielern. So, wenn wir dieses Wochenende haben wir frei, also ich kommentiere Lübeck, aber spieltechnisch haben wir frei. Und wenn wir nächstes Wochenende spielen, dann erwarte ich doch, dass die Jungs jetzt alle da sind. Ja, heute Abend ist Fußball-Europameisterschaft. Würde ich mir auch gerne angucken. Aber ich habe gesagt, ich stehe an der Seitenlinie, also fahre ich da hin und coache bis 21.30. So, dann ist es mir scheißegal, ob Thomas Müller oder wie sie alle heißen, da gegen Rundenball treten. Und genauso, das erwarte ich von meinen Spielern. Jetzt reden wir aber von Spielern, wie Aaron Rodgers, die zig Millionen in die Tasche gedrückt kriegen, dafür, dass sie ein Rotations-Ellipsoid das Feld runterwerfen. Und diese Einstellung, die geht mir auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Und um die Außenwirkung nochmal aktueller zu halten und nicht so theoretisch zu werden, parallel dazu, ich habe es gerade schon gesagt, Hasten Reddick fehlt ja auch. Der fehlt, weil er einen neuen Vertrag haben möchte. Und jetzt stell dir vor, du bist jetzt GM Douglas und sitzt da mit Reddick und willst einen Vertrag verhandeln und sagst, hier, du musst doch schon zum Training kommen. Sag doch, yo, Aaron Rodgers kommt doch auch nicht. Warum soll ich denn kommen? Also, das ist ja dann genau das Beispiel. Warum soll er jetzt den Holdout beenden, wenn der Mann der Mannschaft auffällt wegen eines Events? Also, machen wir das Thema zu. Fatal, fatal. Ich bin gespannt, Mike, in zwei Wochen, wenn wir recherchiert haben und wenn wir rausgekriegt haben, was es für ein Event ist. Stell dir mal vor, das ist der Kanickelzüchterverein Nord-Idaho. Warum? Also, verstehst du, was ich meine? Oder es wird ein Event sein, was wirklich wichtig ist und man sagt, ja, guck, es soll gut, dass es weg ist. Aber dann kommunizier das doch. Weißt, das ist ja mein Problem. Weil sonst kann es keiner nachvollziehen und du, ja, bewirkst, dass das Image negativer wird. Und was ich am allerschlimmsten finde, ist, du kennst doch unseren berühmten Stephen A. Und so weiter und so fort. Der ja immer zu allem eine sehr laute und deutliche Meinung hat. Der setzt sich wirklich vor laufende Kamera und sagt, ja, ich habe damit kein Problem, dass der beim Minicamp nicht da ist. Weil es ist ja Aaron Rodgers. Das Problem ist doch, und da sind wir ja wieder beim Punkt. Und du hast ja auch eine Außenwirkung, die bis runter in den Jugendfootball geht. Warum? Ja, wenn ich Leistung bringe, kann ich zu Hause bleiben. Nein, kannst du nicht. Jeder, es heißt ja Team, heißt nicht toll, ein anderer macht, sondern wir alle zusammen. Ich finde es merkwürdig. Aber egal. Wer bin ich schon? So, apropos, wer bin ich schon? Ich bin jetzt in der Position, zu sagen, Mike, wir müssen über Geld sprechen. Wir müssen über richtig Schotter sprechen. Und Verträge, die ich ehrlich gesagt auch nicht verstehe. Also, da sind wir beim Punkt. Die Jacksonville Jaguars, sie haben es getan. Sie haben sich gesagt, pass mal auf. Du warst ein First Overall Pick. Ja, du hattest Urban Meyer, dafür kriegst du auch ein bisschen Schmerzensgeld. Das war jetzt eher so suboptimal die Zeit. Aber das lag ja nicht an dir. Wir würden dir jetzt gerne einen Vertrag anbieten. So, daraufhin hat der Mann, der aussieht wie Football Jesus, gesagt, alles klar, Freunde. Ich hätte gerne mindestens genauso viel Schotter wie der kleine Joey oder wie der Jared oder wie der Justin. Und mehr sowieso als Lamar. Deswegen mach mal voll den Sack. So, jetzt haben sie sich geeinigt. Und ich finde den Vertrag mit 275 Millionen Dollar für fünf Jahre, was wiederum 55 Millionen pro Jahr bedeutet. Ich finde ihn zu hoch, Mike. Es tut mir leid. Ist Trevor Lawrence der beste Quarterback der Liga? Sollte er das meiste Geld verdienen? Wir haben ja über Jared Goff gesprochen und warum wir sagen, dass das in Ordnung geht, dass er jetzt die zwei oder jetzt die drei im Ranking ist. Ich verstehe es auch nicht ganz, weil für mich wäre das jetzt nochmal so ein, das Jahr ist aber so ein Prove-it-Jahr für Lawrence gewesen. Da er noch einen Vertrag über zwei Jahre hatte, also es ist jetzt nicht so, dass der Vertrag ausgelaufen ist. Und deswegen finde ich den Zeitpunkt verwunderlich. Also warum jetzt ihm so eine Erhöhung geben, außer du bist wirklich der Meinung, das pusht ihn nochmal und das macht was aus und du kannst mit dem Team dieses Jahr viel erreichen. Ich finde eher, dass die Jaguars ein bisschen, ja, es läuft besser unter Peterson als davor und die gehen einen guten Weg. Aber sie hatten immer noch viele Spiele, wo dann Lawrence auch nicht auf der Höhe war, wo er verletzt gespielt hat, wo die O-Line im Stich gelassen hat. Und 275 Millionen US-Dollar, 142 garantiert, 58 beim Verletzungsfall. Das sind Zahlen, die sind sehr, sehr hoch. Und deswegen bin ich bei dir. Lawrence ist ein sehr guter Quarterback und Lawrence verdient auch einen guten Vertrag, das auf jeden Fall. Und ich finde, er passt auch zu den Jaguars. Aber der Vertrag, da musst du schon wieder 100% sicher sein, dass der Mann die nächsten 5, 6, 7 Jahre abreißt und du was gewinnst. Und deswegen bin ich gespannt, ob die Jaguars hier weiter in die Zukunft gucken als ich. Ob sie vor allem andere Dinge gesehen haben. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Agent von Tua Tango Bajor, der muss ohne Hände den Tisch hochheben können. Denn machen wir mal einen direkten Vergleich. Tua diskutiert mit seinem Agenten und dem Besitzer. Ihr wisst schon, der, der sich heimlich mit Brady und Peyton getroffen hat. Also Sean Peyton, nicht Peyton Manning. Mit dem diskutieren sie auch gerade über den Vertrag. Lass uns doch einfach mal nur zum Vergleich, weil ja viele sagen, ja und der war ja immer hier mit unkonstantes Spiel und hier und da und der Tua. Und Trevor ist ja so. Ich habe mal die Zahlen für euch rausgesucht. 50 Spiele hat Trevor Lawrence gespielt, 53 Tua. Das Verhältnis, und jetzt kommt es, 20 Siege, 30 Niederlagen, ist das, was Trevor Lawrence zustande gebracht hat. 32 Siege, 19 Niederlagen, Tua. Und jetzt sind wir bei Pass-Touchdown im Verhältnis zu Interception. 58 zu 39 bei Trevor Lawrence. 81 zu 37 bei Tua. Wo geht jetzt, also wo soll die Reise der zukünftigen Verträge noch hingehen? Wenn ich der Agent von Tua bin, sage ich zu Mr. Ross, Digga, also 55 ist super, machen wir 60. So, klar die Salary Cap wird erhöht, Mike, aber die drehen ja alle durch. Ja, die drehen alle durch, also für mich ist das ein Vertrag, der bezahlt nicht das, was du bis hierhin geleistet hast, weil dafür ist es in den drei Jahren zu wenig, sondern es ist ein Vertrag, der bezahlt sich für das, was du noch liefern wirst. Weil sie eben sagen, mit ihm werden wir in den nächsten fünf Jahresverlängerungen, Jahren abreißen. Und deswegen meine ich ja, ich sehe das jetzt noch nicht so deutlich, aber vielleicht sehen die Jaguars mehr als ich. Oder, um es ganz süffisant zu kommentieren, vielleicht ist es auch ein bisschen Schadensersatz dafür, dass er seine Rookie ja unter Urban Meyer verbringen musste. Vielleicht sagen sie, ach komm, das war so schlimm, hier hast du 100 Millionen mehr. Weiß ich nicht, aber im Ernst, du hast es gerade jetzt schon runtergebrochen, die Zahlen, hätte ich sonst auch gemacht. Das ist kein Vertrag, wo du sagst, oh, du hast uns drei Jahre so den Arsch gerettet. Hier kriegst du knapp 300 Millionen, sondern das soll auf die nächsten Jahre was bewegen. Bin gespannt, ob der Plan aufgeht. Ja, Quarterbacks ist das schöne Stichwort, also 55 Millionen pro Saison. Das ist schon viel Geld, überleg mal. Wir reden hier von, mit Vorbereitungen 17, 18 und 32. Lass mal mit OTAs alles zusammenrechnen. Das ist gerade mal so, also ein halbes Jahr Arbeitszeit. Wow. Ich glaube, ich muss nochmal Euro-Jackpot spielen. So, kommen wir. Er hatte jetzt noch nicht diese riesige Breakout-Season. Also er spielt gut, aber es ist nicht so, dass du sagst, mein Gott, der war jetzt unter den besten drei Quarterbacks letztes Jahr. Was ich schön finde, ist Doug Peterson, der das auch nochmal selber kommentiert hat, aus Coach-Perspektive. Der meinte, naja, als ich hier angefangen habe, war es noch so, dass er in den Meetings mit dabei war, in den Räumen mit dabei war und er so der schüchterne, ruhige Typ war und er gelernt hat und aufgepasst hat. Und mittlerweile sei es so, dass er der Laute in der Kabine sei, auf dem Feld, in den Meetings, Vorschläge mit einbringt, engagiert ist und ein Leader geworden ist. Und das innerhalb von ein, zwei Jahren. Also die Entwicklung muss wohl eine sehr, sehr krasse, positive Steile sein. Aber für das Geld reicht es nicht nur, wenn du lauten Meetings bist, sondern du musst auch sehr, 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 sehr guten, konstanten Football spielen. Die 16, die 9 und die 16, das sind jetzt nicht die Eurozahlen, weil eine ist doppelt, aber die 9 ist Joe Burrow. Und machen wir es mal ganz deutlich, Trevor Lawrence verdient jetzt am allermeisten. Dahinter Joe Burrow und dahinter die nächste 16, nämlich Jared Goff. Und wenn das, also finde ich total witzig, das ist den meisten wahrscheinlich durchgerutscht, die höchstbezahltesten Quarterbacks waren jeweils ein First Overall Pick. Finde ich auch irgendwie eine spannende Geschichte, wenn man bedenkt, wie viele First Overall Picks früher, nicht funktioniert haben. Ja und spannend finde ich auch, dass, was schätzt du, wie vielen Quarterbacks haben die Jaguars schon mal eine Vertragsverlängerung angeboten? Also die, die sie gedraftet haben. Also die Jaguars draften einen Quarterback und wie vielen gedrafteten Quarterbacks haben sie schon eine Vertragsverlängerung gegeben? Ja, fast. Es gibt, er ist jetzt der Dritte tatsächlich. Der Erste war... Nee, damals, dem Ersten, genau, dem Ersten, der tatsächlich... Playoffs gespielt hat. Wie heißt er noch? David Gerard, sieben Jahre, 70 Millionen knapp in 2007. Und natürlich, 2018, Blake Bortles, drei Jahre für 54 Millionen. Und jetzt eben Lawrence. Und David Gerard war kein First Round Pick. Also die Jaguars machen das nicht so oft und sagen jetzt zu Lawrence, du bist es. Bin gespannt. Ja, du bist es, hör mal. Du bist es. Apropos du bist es. O'Donnell. O'Donnell. Nein, O'Donnell, Freunde. O'Donnell. Wir sind jetzt bei den Minnesota Vikings. Wir haben ja einen riesengroßen Vikings-Fanclub. Und es heißt ja immer, wir sind zu negativ. Und wir sind immer, ihr seid immer gegen die Vikings. Nee, sind wir gar nicht. Ist doch alles gut. O'Donnell hat sich festgelegt. Also der Trainer der Vikings hat gesagt, wir starten jetzt ja ins Camp bald und wir legen jetzt los. Und Achtung, liebe Freunde, alle mal festhalten, Sam Donald ist gelistet als Quarterback Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch, Sam. Ja, nimmt, glaube ich, ein bisschen Druck von J.J. McCarthy tatsächlich. Ich weiß nicht, wie lange das anhalten wird. Aber ich glaube schon, dass der Plan, sonst draftest du ihn nicht in der ersten Runde, J.J. McCarthy sein wird. Aber ich finde es jetzt nicht so dumm tatsächlich zu sagen, ey, Sam Donald, du bist jetzt erst mal die Eins. Und wir bauen McCarthy dahinter auf. Musst du natürlich mit McCarthy absprechen, dass der nicht davon negativ runtergezogen wird, weil er jetzt denkt, boah, scheiße. Aber ich fand jetzt gar nicht so schlecht die Nachricht. Also sie haben jetzt einen klaren Weg, Donald zu Beginn. Justin Jefferson bleibt, hat den Riesenvertrag bekommen. Also Addison hat danach, oder dahinter, auch keinen schlechten Job gemacht. Die Vikings haben einen Plan, aber auch da, sage ich, bin ich noch nicht dabei zu... Ich will nicht so negativ bei denen sein, weil ich weiß, der Fanclub hört zu. Aber ich bin ja der Chefkritiker von Minnesota. Und ich bleibe dabei, das ist jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, das ist ein Hammer-Team, was alles rasieren wird. Das letzte Team, was wirklich sehr, sehr stark war, war... Es tut ein bisschen weh, ich finde, alte Wunden aufreißen. Aber als sie gegen die Saints durch den No-Call... Ja, das Spiel, was in die Geschichte einging, sage ich mal. Das war noch Minnesota, wo ich sage, da hätten sie weit kommen können. Auf das nächste Minnesota warte ich noch. Und du hast die Saints gerade thematisiert, deswegen, ich habe eine kurze Frage an dich. Warst du schon mal rudern? Ja, ist schon länger her, aber ja. Geil, macht Spaß. Vor allem, wie heißt das, Rafting? Ist anstrengend. Ja, ist mega anstrengend. Ja gut, Rafting ist jetzt nicht rudern. Also da hältst du ein Paddel ins Wasser und lenkst das Boot. Ja, aber das ist auch... Da ist auch... Klopp mir, wenn die Schrümmung in eine andere Richtung geht, als auf die du Bock hast, dann bist du am Ackern. Das kann auch... Geht für mich auch in die Arme. Also ich habe ja in Hamburg mal am Kanal gewohnt. Die gingen ein bisschen auf den Sack. Da war so ein Ruderclub. Und ich habe lustigerweise an so einer Graden gewohnt. Boah, Alter, immer so am Tag vorgegeben. Und es hat ja gerudert und gemacht und getan. Dann gab es auch das berühmte Drachenbootrennen. Also das Ding da ins Wasser. Und schon laut. Und weswegen ich jetzt auf Rudern komme, ich mag es nicht. Also ich finde es schön, aber wenn dann so romantico, verstehst du, so eine Flasche Wein, kleines, kleines, kariertes Deckchen und dann irgendwo im Kanal ein bisschen, na lo, na Schatzi. Aber Jimmy Graham, seines Zeichens, ihr wisst schon, der Teil der Saints, deswegen fand ich das gut, dass er die Saints thematisiert hat, Der möchte gerne alle Mann festhalten, durch das arktische Meer rudern. 1000 Kilometer Rennen, 15 Tage ist der Rekord. 15 Tage, also genauer gesagt, 15 Tage, 5 Stunden und 32 Minuten rudern. Nicht alleine, sondern mit noch drei anderen. Also ein Vier-Personen-Team rudert da durchs arktische Meer. Dafür trainiert er gerade. Der Geist ist kranker Scheiß. Was ist dein Hobby? Ja, ich will durch die Arktis rudern. Nee, ist klar. Nee, jetzt ernsthaft. Nee, Golf finde ich doof, ich gehe rudern. In der Arktis. So, und der hat jetzt ganz deutlich gesagt, pass mal auf, die Tür zum Football ist noch nicht zu. Wenn die Saints mich anrufen, ich komme noch ein Jahr. Der hatte ein Jahr Vertrag, das ist ausgelaufen. Und Jimmy Graham sagt, ich würde nochmal spielen. Also ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn er nochmal kommt. Ich mag den. Seit damals. Also gut, das Danken über den Goalpost ist inzwischen verboten. Seid deswegen. Aber Jimmy Graham ist immer so, fand ich super. Ja, 15 Tage durchs arktische Meer rudern. Ist ja nicht nur rudern anstrengend, die Temperaturen. Also da musst du wirklich für gemacht sein, wenn du morgens aufstehst und sagst, boah, ich habe Bock jetzt irgendwie 15 Tage durchs arktische Meer zu rudern. Ja, viel Spaß. Also ich habe erzählt, Jimmy Graham wohnte, ich weiß nicht, ob er noch da wohnt, in Miami, war oder ist Nachbar von Timo Scheider. Ich habe die Geschichte hier schon mal erzählt, also dem DTM-Fahrer oder ehemaligen DTM-Fahrer, unseren Experten. Und der hat immer sehr, sehr positiv über Jimmy Graham gesprochen. Das soll ein sehr, sehr höflicher, netter, starker Mann sein. Und wenn er jetzt Bock hat, 15 Tage durchs arktische Meer zu rudern, dann kann ich ihm nur viel Spaß wünschen. Pack ein paar Autohosen mehr ein und zieh dich warm an. Ja, vor allem, wenn du, er lebt ja nicht mehr in Miami, er war da ja auch auf dem College und das ist ja das Geile an Jimmy Graham, der war ja nicht Footballer, der war Basketballer. Und durch Not am Mann hat man gesagt, Diggi, kannst du nicht auch ein bisschen Football spielen? Innerhalb von kürzester Zeit, also nicht vier Jahre Football gespielt, war er plötzlich in der NFL, hat da extrem gut funktioniert die ersten Jahre. Und wenn du in Miami aufgewachsen bist, deine ganze Kindheit verbracht hast, dann kennst du, also ist vielleicht die niedrigste Temperatur so 16 Grad. Jetzt gehst du bei minus 25 Grad rudern. Diggi, ich hoffe, du weißt, worauf du dich da einlässt. Konzentrier dich doch erst nochmal auf ein Jahr Saints, das würde mir sehr, sehr gefallen. Speziell auch, weil du bei Social Media mir so viel Spaß machst mit deinem, er ist ja Pilot und er fliegt alte, hier Vietnamkrieg, Bell, U, H, N, S, D, diesen alten Hubschrauber, um Kindern sozusagen ihren ersten oder einzigen Flug in ihrem Leben mal zu gewährleisten. Und, 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 er hat eine ziemlich coole Stiftung. Also für alle, die Bock haben, mal wirklich charmanten, netten Content, ohne, ey, Diggi, ich hab einen neuen Lambo. Jimmy Graham bei Instagram kann ich nur sehr empfehlen. Nettes Kerlchen. Gut, damit die Empfehlung auch raus. Also ja, krasser Typ auf jeden Fall. Ich hätte noch zwei, drei Themen hier am Start. Zum Beispiel finde ich, oder hauen wir mal raus, neue Madden-Cover ist ja da. Christian McCaffrey darf vorne drauf sein. Wie ich finde, eine sehr coole Wahl, mal wieder einen Running Back zu nehmen. Das ist nur eine kleine Information. Ich hab nicht auf dem Schirm, wann es rauskommt. Das nächste, was rauskommt, ist ja auch das College-Football-Spiel. Aber CMC auf dem Cover, ich glaub, Madden-Flug gibt's nicht mehr. Es hat spätestens mal Holmes gebrochen. Ich glaub, die Geschichte können wir zumachen. Aber CMC auf dem Cover, find ich sehr cool. Ja. Also mal ehrlich, oder hättest du mir alles aufgenommen? Hat er verdient? Nee, ne? Also Christian McCaffrey kann man nicht machen. Ich find, die sind sowieso, sind sowieso, ja, also nicht unterrepräsentiert, aber seien wir auch mal ganz ehrlich, du hast, eigentlich sind da immer Quarterbacks drauf. Immer. Ich glaub, der letzte war Adrian Peterson, oder ich vergesse irgendwen, aber Christian McCaffrey, ja, neuer Madden-Cover-Athlet und Carsten. Ich glaube tatsächlich, ich geh so weit und lehne mich aus dem Fenster und sage, der Superbowl-Ring, der Chiefs ist vielleicht der schönste, den ich jetzt wirklich bewusst mir angeguckt habe. Die Chiefs haben ihren Ring bekommen, oder die Ringe, es sind nämlich über 400, die sie haben produzieren lassen und jeder von ihnen hat 529 Diamanten, 38 Rubine und haben ja 14,8 Karat. Das ist, die Zahlen sind das eine, aber er sieht auch verdammt schön aus, hat noch ein kleines Schmankerl, wenn du ihn dir anschaust, mit diesem Tom und Jerry Play. was er gespielt haben, also ist auch sehr cool personalisiert. So geil. Guckt euch das mal an, also der Ring der Chiefs ist wirklich wunderschön geworden, also es ist eine krasse Auszeichnung. Ja, ich habe währenddessen mal recherchiert für euch, also Peyton Hillis war 2012 Running Back, großartiger Typ, alter, der war lieber Hammer statt Nagel, dann Calvin Johnson, dann kam tatsächlich nochmal ein Running Back, Barry Sanders, dann Adrian Peterson, dann Richard Sherman, dann, ihr wisst schon, ich kann, ich fange grundsätzlich nur mit einer Hand, weil die zweite schon ich, Odell Beckham Jr., dann Rob Gronkowski, dann Tom Brady, dann, ihr wisst schon, wir haben eine Regel in der zweiten Staffel, der Name wird nicht genannt, das ist wie mit Lord Voldemort, ihr wisst schon, wen ich meine, der Mann mit wenig Luft im Helm, dann Patrick Mahomes, dann Lamar Jackson, dann Patrick Mahomes und Tom Brady, dann John Madden, dann Josh Allen und jetzt endlich wieder ein Running Back, Christopher McCaffrey. Ja, geil, also wie gesagt, verdiente... Der Verwackelte war mal tatsächlich auf dem Cover. Der Verwackelte. Wir nennen ihn nur noch der Verwackelte, das ist gut, der Verwackelte. So, was haben wir denn noch? Du hast gesagt, du hast zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Themen, ich möchte dich gar nicht gehen lassen, wir können auch nochmal über sowas sprechen, über Dinge so allgemein. Ich hab, also das wären jetzt die beiden, jetzt hab ich ein letztes Thema noch hier offen und zwar, wir haben über Tom Brady schon gesprochen, aber das war zu Anfang der Folge, also können wir jetzt nochmal über Tom Brady reden, der ja ein Zitat gebracht hat, was so ein bisschen das aufgreift, was er ja schon mal vor einigen Monaten hat durchblicken lassen. Er hat das Quarterback-Niveau nochmal kritisiert, also hat gesagt, sagt, ich glaube, das Quarterbacking entwickelt sich aktuell eher rückwärts als vorwärts in der NFL, zumindest ein bisschen. Ich glaube nicht, dass es sich verbessert, also im Schnitt, er spricht jetzt nicht von einem gewissen Quarterback, sondern die Quarterbacks der Liga und sagt dann auch, dass es nicht nur das Problem der Qualität der Spieler sei, sondern, und das finde ich spannend, vor allem die Coaches. Also er sagt, sie werden nicht gut ausgebildet und nicht gut trainiert, die Rookies. Und er sagt ja, von den Physical Fundamentals, also von den Begebenheiten, die körperlichen Begebenheiten, entwickelt sich das Quarterbacking nach vorne, weil du plötzlich so Maschinen wie Richardson und Co. so Lama Jackson, die laufen, rennen, passen, alles können. Aber es fehlen die Feldgeneräle, Field Generals, die wirklich das Spiel an sich nehmen, mit wenig Zeit auf die Uhr runter marschieren können, das Team führen und richtige Entscheidungen treffen, wann sie wo den Ball platzieren. Und das ist seine Beobachtung der letzten ein, zwei, drei Jahre, dass er findet, dass da das Spiel nicht besser geworden ist, sondern im Gegenteil, wilder geworden ist, weil weniger strukturiert. Gut, man muss natürlich sagen, die Leute, die das sensationell gemacht haben, mit Drew Brees, mit Tom Brady, mit Matt Ryan, die, ich würde sagen, sterben aus, aber die haben jetzt ihre Karrieren beendet und die nachkommen, sind sehr viele spektakuläre Spieler, also auch so ein CJ Stroud, hat ja uns mit Spektakel verwöhnt, aber diese klassischen Feldgeneräle, die habe ich jetzt in den letzten Jahren auch nicht gesehen, vielleicht müssen die sich aber auch über zehn Jahre entwickeln, ist ja das nächste. Findest du, er hat damit recht, dass er sagt, was diese Entscheidungsstärke angeht und das Leadership eines Quarterbacks, dass das so ein bisschen sich zurückentwickelt? Naja, sagen wir mal auch ganz ehrlich, also Drew Bledsoe, zack, knick, knack, zwei Jets schlugen ein und er war verletzt raus, da war Tom Brady auch noch nicht der Field General, der gesagt hat, so Freunde, ich führe euch. Der ist in diese Rolle natürlich durch die Situation relativ schnell reingewachsen, dadurch, dass er auch wirklich sehr, sehr gute Mitspieler hatte. Wenn du dir jetzt anguckst, natürlich ist, und da sind wir wieder bei Generation Z und hier und da und Social Media, wir leben jetzt ja auch in einer, oh Gott, jetzt werde ich reflektieren hier, wir leben ja auch in einer anderen Zeit, bedeutet, etwas, was du, was du Social Media technisch oder Fernsehtechnisch tust, siehe Spencer Rattler, verfolgt dich dann ewig, dann kriegst du einen Stempel, dann musst du dagegen anarbeiten. Die Jungs haben ja ihr eigenes, sie sind ja ihre eigene Vermarktungsmaschine. Manchmal habe ich das Gefühl, lenkt das in den letzten Jahren zu viel ab von dem, was man wirklich erwartet und da sind wir jetzt wieder bei Feed General, CJ Stroud, der sagt, ich gucke mir lieber Film an statt Netflix oder Amazon Prime oder Xbox spielen oder was auch immer, bedeutet im Endeffekt, du hast doch immer noch diese Typen, die wirklich für den Sport leben, die für den Sport brennen und die 120 Prozent geben. Bei allen anderen muss ich dir ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich Joe Burrow, der kann das, das ist für mich so ein Field General. Pam, 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 komm, wir marschieren, alles klar, alles fein. Josh Allen, genau dasselbe. Natürlich, Tom Brady hat einen anderen Blickwinkel, weißt du, der sieht sich in seiner Position, der sieht, was er geleistet hat und wie er an das Spiel rangeht. Aber nochmal, das ist auch inzwischen, ich will nicht sagen, alter Mann, aber er ist eine andere Generation als die Generation jetzt. Und solange es so jemanden gibt wie CJ Stroud, ETC, würde ich nicht sagen, es gibt gar keine Field Generals mehr. Ja, dann haben wir die Gegenmeinung von Carsten Spengern zu Tom Brady, finde ich sehr, sehr gut. Ich habe dir zugehört, ich war nur gerade ein bisschen irritiert, ich wurde gerade von Luca Engstler angerufen, also auch Lamborghini-Fahrer von der DTM, habe ich jetzt mal klingeln lassen, ich weiß nicht, was er hat, er schreibt nur, Alter, kläre ich nur auf, was es damit auf sich hat. Ich wollte es nochmal... Ja, das wollen wir jetzt aber alle wissen. Ich weiß es noch nicht, wir gucken, was er gleich noch schreibt. Ich wollte es... Was du wahrscheinlich nicht weißt, mein lieber Freund, ist, gerade hat Lamborghini in Le Mans verkündet, dass ihr neuer Markenrepräsentant Mike Lothar Stiefelhagen ist und die suchen dich da, weil sie dir eigentlich ihr Auto übergeben wollen. Ja, wahrscheinlich. Der Umbrus steht da für dich. Wahrscheinlich. Tom Brady nochmal, er hat das nochmal spezifiziert, Brady, also er sagt halt, aktuell ist es so, kritische Situationen auf dem Feld, was macht der Quarterback, er guckt panisch zur Seitenlinie und lässt den Coach entscheiden, was gespielt wird. Er hingegen mag die Quarterbacks, die alles beigebracht bekommen haben, um selber in dieser Situation Entscheidungen treffen zu können, die dann halt auch funktionieren. Also er meint halt, dass die Quarterbacks, die in den letzten Jahren nachgekommen sind, alle sehr abhängig von ihren Coaches sind und von den Systemen sind und ihnen nicht beigebracht wird, selber Entscheidungen mit den Werkzeugen, die sie haben, in richtigen Situationen zu treffen. Also in Chaos-Situationen, wo das Team nach hinten guckt und fragt, was machen wir jetzt. Das ist so ein bisschen die Aussage von Brady. Ich würde jetzt ihm nicht widersprechen, weil er ist für mich natürlich einer der besten Quarterbacks, die es jemals gab und hat da auf jeden Fall Ahnung, aber bin auch bei dir. Es gibt auch viele Quarterbacks, die haben in den letzten Jahren auch bewiesen, dass sie das Zeug dazu haben und wir dürfen nicht vergessen, keiner kommt vom College in die NFL und ist sofort der beste Feldgeneral. Nochmal, wir reden hier immer auch von Rahmenbedingungen. Trevor Lawrence, wir sprachen drüber, Urban, hier, ich tanze die Frauen an, Maya. Dann hatten wir Justin Herbert, da war jetzt auch eher so www.merkwürdigescoaching.com. Lamar Jackson, für mich ganz klarer Feed General, der guckt nicht zur Seite, sondern der sagt, machen wir mal kurz. Geht auch zur Seite und sagt, Coach, wir spielen das Ding. Jane Hurts, genau dasselbe. Es gibt natürlich ganz klar auch dann so ein Gefälle, was dann nach unten geht, wo du sagst, ja, alles klar, so ein Kylo Murray, so, bist ja selber, eher ein bisschen Call of Duty, hatten wir immer wieder die Diskussion, auch mit dem aufkommenden, mit dieser Pressemitteilung zu seinem Vertrag, dass er drin steht, er muss Film gucken und so weiter und so fort. Natürlich kann ich einen Tom Brady verstehen, der als Experte, der er jetzt ist beim amerikanischen Fernsehen, sagt, hier ist ein Gefälle da, dieses Gefälle gibt es, natürlich gibt es das, aber natürlich auch hier, er weiß genau, was er tut, wenn er sagt, das und das fehlt. Er sagt dann im Nebensatz, es gibt solche Leute wie Seedress, bla, 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 aber natürlich ist die Headline und da sind wir wieder bei Mike, der wollte eine andere Headline, die ich persönlich besser gefunden hätte, so den Kurzartikel, aber egal, eine Headline verkauft, eine Headline erzeugt, eine Headline erzeugt Aufmerksamkeit und Tom Brady weiß genau, was er da tut und natürlich, der Punkt ist der, ein Tom Brady, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich wäre jetzt, ich will es mir nicht vorstellen, also warte mal, ich mache mich ein bisschen kleiner, ich stimme ein bisschen höher, so ich bin jetzt keiner Mary, dann würde ich doch mal, speziell nach so einem Ding, würde ich Tom Brady anrufen und sagen, Digi, ich brauche mal deine Hilfe, reflektiert betrachtet, du hast völlig recht, ich würde gerne mal mit dir eine Woche trainieren, ich will was von dir lernen, dann mach das doch einfach, also weißt du, statt nur zu sagen, alles ist kacke, du sitzt doch eh jetzt gerade zu Hause und hast viel Zeit, bis die Saison losgeht, bin ich bei dir, du musst ja kein Playbook lernen oder so, dann biete das doch an oder geh doch ans College oder mach, Peyton Manning hat es ja mit seinem Bruder auch gemacht, Manning Quarterback Seminare und so, dann mach das doch, statt nur zu sagen, alles ist doof, dann mach es besser. So, zu Luca Engstler nochmal ganz kurz, also sehr schöne Aussage, von dir an der Stelle, er schreibt, wie, passe ich da etwa nicht rein? Wir rufen jetzt einfach mal live Luca Engstler zurück, ich habe keine Ahnung, was der Mann will und fragen ihn das einfach, ich stelle mal kurz auf laut. Ja, finde ich super. Rating, hallo? Luca, mein Lieber, du bist jetzt live in einem Football-Podcast, du hast deinen großen Traum erfüllt, ich nehme gerade auf mit Carsten Spengermann, du hast mich angerufen und hast gefragt, ob du nicht reinpasst in den Podcast, du passt in jeden Podcast aus der Welt rein, wie kann ich dir helfen, was ist los? Ich, falls kurz, das war hallo, schön, dass ich da sein darf. Public Viewing München, wo geht man hin? Das ist jetzt der Grund, warum? Ja, das ist mein Luca Engstler. Du möchtest wissen, was in München abgeht oder nochmal? Ja, also heute Abend EM-Auftakt, Wochenende frei, wo kann man Deutschland schottland anschauen. Okay, das klingt sehr, sehr gut. Dann gebe ich dir zwei Optionen. Option eins ist, wenn du Bock auf so wirklich Massen hast und Public Viewing, Fanfest, dann ist Olympiapark was Großes aufgebaut. Wenn du Lust hast, ruhiger mit ein paar Leuten zu gucken, dann wird wahrscheinlich meine Tendenz sein, zu Hause zu schauen. Du bist sehr gerne eingeladen, weil am nächsten Tag auch meine Freundin Geburtstag hat. Ich verbinde das so ein bisschen tatsächlich. Ich muss aber brav bleiben, weil ich am Samstag Nacht eine Eishockey-Sendung habe. Also ich muss dich dann irgendwann von alleine lassen. Aber aufpassen, München ist fest in schottischer Hand. Also hier laufen nur Schotten rum. Das, ja, den stelle ich mir gern gegenüber. Ja, dich in Schottenrock würde ich gerne sehen. Pass auf, ich mache kurz Podcasts zu Ende und dann schreibe ich dir nochmal. Warte doch mal eben. Warte, 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 Carsten Spengenwein möchte auch noch was sagen. Er hört dich nicht, Carsten, aber ich kann es gerne übermitteln, ja. Ich gebe dir einen Tipp. Carsten, gib dir einen Tipp. Fahr doch von München einfach mal nach Berlin, klingel bei der englischen Botschaft, stell herzliche Grüße von dir. Wir haben das ja festgestellt, ich bin ja mit Verwandt mit Charlie hier, du warst schon der mit den Segeln. Du sollst nicht nach München fahren, sollst nach Berlin fahren zur englischen Botschaft und da sagen, dass du gucken willst. Carsten hat da so ein bisschen Fabian. Carsten sagt, Engländer sind cooler als Schotten, ich halte dagegen. Ja, das Thema ist, mein Wummo gefährt nur 136, da kann ich nicht los machen. Ja, da bist du wahrscheinlich in drei Tagen erst da. Okay, ich melde mich, Luca, ich melde mich gleich nochmal. Danke. Ich dachte jetzt, der hat irgendwas Wichtiges oder irgendeine Football-Frage. Wo kann man in München am besten schauen und saufen, Alter? Ach, Tom Brady hat recht, die jungen Leute heutzutage. Ja. Mist, und jetzt eine Frage, die sich jeder da draußen stellt. Jeder. Und Mike hat es gar nicht so mitbekommen, weil er wahrscheinlich sich gerade fragt, warum ruft der Typ mich an. Mein Wohnmobil fährt nur 136, nicht 130, nicht 140. Das abgekriege Tempolimit. 136. Ja, weißt du warum? Die Fahrer testen das natürlich Downhill mit Vollgas und merken sich die Zahl, die da steht. Das ist doch klar. Diese Jugend. Freunde. Aber ey, Luca Engsler, also für alle Football-Fans, die jetzt mit dem Namen nicht so viel anfangen können, DTM-Fahrer ist geswitcht von Audi auf Lamborghini, hat in Oschers Leben ein Rennen gewonnen, sehr, sehr sympathischer Kollege, also fände ich ganz lustig, dass sie das mal reingenommen haben. Ja, kenne ich übrigens seit, ich bin auch schon sechs, sieben Jahre hier, da ist er tatsächlich noch in der TCR gefahren mit einem Golf-GTI, das weiß ich noch. Aber gut, die Welt ist klein. So, apropos die Welt ist klein, haben wir noch was? Ich bin tatsächlich durch, ich frage jetzt hier nochmal in den Twitch-Chat rein, ob ihr noch Fragen oder Themen habt. Ich glaube, wir haben jetzt aber das Gröbste aus der letzten Woche hier besprochen. Verträge hatten wir, Tampering hatten wir. hattest du da was zu Sao Paulo zum Auftaktspiel? Weil du das glaube ich am Anfang erwähnt hast. Nee, dann habe ich mich verhört. Nee, haben wir eine Sprachnachricht, die habe ich mir aber aufgespart für den Moment, wenn es wirklich soweit ist, weil da wird jetzt ganz wild spekuliert, wie die Teams denn aussehen könnten ohne Grün. Also die sollen tatsächlich ohne Grün spielen und da sind wir natürlich bei Packers, Eagles, wie soll das denn gehen? Also da ist ja überall ein bisschen Grün drin. Das wird glaube ich sehr spannend für die Equipment-Crew. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Doch, ich habe noch was. Ich habe noch was. Nick Chopp, wir alle erinnern uns, Browns Running Back verletzt. Bis jetzt, laut eigener Aussage, ist er gut im, nicht nur Futter, sondern gut in der Reha, aber im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, die sagen, ja, aber ich bin am Tag 1 wieder da, sagt er, nee, ich mache jetzt erst mal Suche und dann, wenn es funktioniert, bin ich wieder da. Finde ich eine gute Herangehensweise, statt das Ganze zu übereilen, denn der junge Mann ist jetzt auch keine 12 mehr. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also wir gucken, mal gucken, was die Teams tragen beim Auftakt in Sao Paulo. Das bleibt das Geheimnis. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Twitch-Chat schreibt auch nichts mehr rein. Ich bin weiß gegen weiß. Das wäre lustig. Dann wäre es wirklich Massen ficken. Dann schließe ich wirklich den Kreis mit dem Anfang und dem Ende dieser Folge. Dann jeder mit jedem. Wenn alle weiß tragen, dann erkennst du ja nicht mal, wer mit dir ist und gegen dich ist. Das wäre auch mal lustig. Ja. So, damit sind wir raus. Also, heute Abend Deutschland. So, dann morgen, Mike, in der Nacht, Eishockey. Welche Spiele gibt es? Welche Teams hast du für uns verraten? Ja, es läuft, also ProSieben Max-Randsport steigt erst mit Spiel 4 bei der NBA und auch bei der NHL ein. Und die Serie steht aber gerade 3-0. Also es kann schon sein, dass Spiel 4 das letzte der Finalserie wird. Die Florida Panthers die letztes Jahr im Finale ja verloren haben, stehen aktuell 3-0 gegen Leon Dreiseit als Edmonton Oilers. Also eine klarere Nummer, als ein paar Leute gedacht haben. Das heißt, der Stanley Cup wird Samstagnacht auch in Florida sein. Die haben auch noch ein Heimspiel, die Panthers, können da den Sack zumachen. Ja, da machen wir den Sack zu. Wenn man die Spiele gesehen hat, die waren schon überlegen. Also die Oilers haben irgendwann angefangen, ein bisschen härter zu spielen, um irgendwie mithalten zu können und haben das nicht ganz geschafft. Also die Chance ist da, dass das ein cleaner Sweep von 4-0 wird. Sollte das nicht der Fall sein und es noch mehr Spiele geben, dann haben wir, glaube ich, einen Rhythmus von drei Tagen jedes Mal um 2 Uhr nachts in der Sendung. Also ich bin da prepared für Fall X bis Spiel 7, aber kann auch sein, dass jetzt am Samstag um 2 Uhr nachts, also Samstag auf Sonntag 2 Uhr nachts der Deckel drauf sein wird. Aber wird ein cooles Spiel. Macht viel Spaß. Eishockey. So, bedeutet also, Mike, Samstagnacht um 2. Für alle, die in Lübeck, Umgebung oder Norddeutschland wohnen, 17.30 Uhr, Kick-Off bei den Lübeck-Kugas. Da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeikommen. Wird ein schönes, ein richtig schönes Football-Spiel. Ich darf mit ihr ja gemeinsam kommentieren. Aber ab 16 Uhr hänge ich erstmal am Handy und gucke den Le Mans-Start, denn das ist auch dieses Wochenende. Da gehen Grüße raus an Reni Rast, an Marco Wittmann, an Mirko Bottol, wie sie alle heißen, die da ins Lenkrad greifen. Habe ich redlich Bock drauf. Vor allem, Achtung, beste Grüße gehen raus an meinen Christopher Mies. Besser geht's nicht. Ford gegen Ferrari, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und Ford ist wieder da. Er fährt mit dem gepflegten Mustang da um Block. Ich bin mal sehr gespannt, denn jetzt gibt's ja auch die GT3-Kategorie. War früher nicht der Fall. Finde ich geil. Also so viel Hypercars und so viel GT3s, das ist schon, das ist ein cooles, cooles Line-Up. Ich bin mal sehr gespannt. Und Achtung, BMW, ich bin ja hier, BMW. Valentino Rossi ist auch on the block, Freunde. Junge, was da ein Hype ist. Also Wale läuft da irgendwie durch die Boxengasse und gefühlt ist ganz Italien da. Also ja, Le Mans auf jeden Fall. 24 Stunden Rennen immer auf dem Witz. Ich habe das richtige Auto entschieden, verstehst du? Bayou-Varisch. Auch immer mit viel Celebrities verbunden. Also es wird sehr, sehr cool. Kann man auch empfehlen auf jeden Fall. Le Mans. Gut, damit er sind ja, Le Mans, verstehst du? Le Mans. Sag, eigentlich, ich warte mal, das ist ein kleines Kaff. Das ist 110 Kilometer von Paris weg. Da ist eigentlich nichts, außer einmal im Jahr. Aber ich finde es geil. Übrigens, wusstest du, wie schnell, wusstest du, bevor diese neue Schikane gebaut wurde, wie schnell das schnellste Auto gemessen wurde? 300 irgendwas. 407 kmh. So viel dazu. Ich hätte jetzt 360 gesagt. So viel dazu. Krass. 407. Also viele wissen, mein Vater ist ja tatsächlich auch Le Mans mal gefahren. Also da war ich leider noch nicht auf der Welt. Ich habe ihn nur mitbekommen, als er später noch 24-Stunden-Rennen in Nürburgring gemacht hat. Aber er hat auch immer gesagt, krass, aber Le Mans lebt halt sehr von der Tradition und vom Flair. Das, was wirklich dann ihm noch mehr Spaß gemacht hat oder wo er nochmal die größere, nochmal Level drüber ist, das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring für ihn gewesen. Aber Le Mans auch krasser Mythos, sehr coole Nummer. So, also auch das findet ihr glaube ich bei Eurosport oder einfach bei YouTube. Da findet ihr alle Informationen. Damit haben wir einen kompletten Abriss des Wochenendes. Ich habe schon getippt. Ich weiß gar nicht, wie ich getippt habe in unserem Tippspiel, aber ich habe auf kein hohes Ergebnis getippt. Ich glaube, es wird heute Abend ein sehr merkwürdiger Kick. Ich habe 5-1 getippt. 5-1? Thomas Müller rennt zu jedem Schotten und fragt, sag mal, habt ihr eigentlich unter den Röcken was drunter? Das wird glaube ich sehr, sehr lustig. Ich glaube, es wird nicht deutlich. Ich glaube, ich habe 1-0 oder so getippt. Kann sein. Man sollte eigentlich immer knapp tippen, um eine Chance zu haben. Deswegen habe ich aus Spaß 5-1 Deutschland gesagt. Ich bin auch gespannt, Juni spielt ja auch mit und Juni tippt ja wirklich nach Gefühl und die Frau hat zum Beispiel, Serbien schlägt England 4-2, Freunde, das ist klar. Wenn ich am Ende hinter Juni bin, dann hinterfrage ich mein Leben. Das ist so die Challenge, die ich habe. Ja. Wenn ich das Ding gewinne, dann wechsle ich bei der Bild, dann wechsle ich sofort sein Freunde. Neuer Fußballexperte ist geboren. Ich werde Fußballredakteur. Hast du eigentlich, du hast das unkommentiert gelassen, das fand ich sehr schade. Der Schalke-Fan, der leicht alkoholisiert dieses Interview gegeben hat, ich fand es super. Ich habe es mir deswegen unkommentiert gelassen, also Carsten spricht von dem Schalker, der sehr undeutlich spricht, das wurde mir schon, glaube ich, also wie kusst es Poseidon nur seit 20 Jahren, wird mir das zugeschickt tatsächlich. Aber ja, das ist ein legendäres Interview gewesen. Aber es ist, wenn du es das erste Mal siehst, sehr lustig. Gut, damit haben wir jetzt alles fertig, damit sind wir fertig und es gibt ja, wie immer, die berühmte Mike-Stiefelhagen-Regel. Das ist so wie damals Golden Goal, Oliver Bierhoff, wenn Mike-Stiefelhagen spricht, dann ist Schluss und dementsprechend wähle deine Worte weise. Kartoffeln auf die 1. Also pass auf. Let's all sing. Okay. Kartoffeln auf die 1 habe ich jetzt nicht verstanden. Bitte? Kartoffeln auf die 1 habe ich nicht verstanden. Das wusste ich. Hättest du mich nachfragen können. Kennst du Florian Wirz? Ist so das große Top-Talent der deutschen Nationalmannschaft, der bei Leverkusen gespielt ist. Also einer der besten Spieler der Welt gerade. Der ist irgendwie 20 Jahre jung ungefähr. Und der ist viral gegangen vor kurzem bei TikTok. Kennst du das, wenn du diese Rankings machst, diese Blinden-Rankings, also du hast Zahl 1 bis 10 auf der linken Seite, kriegst zum Beispiel... Was du auch mal mit den beiden Pommes und so. Genau, genau das. Das hat er gespielt mit Kartoffeln. Er kriegt reingesagt Süßkartoffeln, Pommes, gebratene Kartoffeln, keine Ahnung, verschiedene Arten von Kartoffeln. Er musste die von 1 bis 10 ranken und macht das halt in einer stoischen, nennen wir es vielleicht auch ein bisschen stumpfen Art, dass er da guckt und dann irgendwann sagt, normale Kartoffel schmeckt auf die 1. Und für diesen Tag ist er halt viral gegangen, weil er so stumpf war. Kartoffeln, geil, auf die 1. Also auf Platz 1. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal aufgegriffen, weil alle im EM-Fieber sind. Vera schreibt gerade rein, Vera schreibt gerade rein, Lampen sind an, aber es ist keiner zu Hause. So hätte ich das nicht sagen wollen, aber Vera sagt es so. Ja, ob die Lampen an sind oder nicht, verrieht uns gleich das Licht. So, damit sind wir raus. Ich lade die Folge hoch. Dankeschön. Ich werde dich morgen anrufen, weil morgen muss ich ja Happy Birthday singen. Happy Birthday singen. Meine Stimme. Ja, ja. Aber ich werde nächste Woche erzählen, Juni ist der Geburtstag extrem wichtig. Also die Frau, ja, ihr bedeutet den Tag sehr viel. Mir persönlich, wenn ich Geburtstag habe, ich bin froh, wenn alle da sind und wir mal anstoßen können, aber sie hat einfach einen, ihr ist der Tag sehr wichtig, sage ich mal. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass ich in der Nacht eine Sendung habe, weil ich muss dann ein bisschen mich noch vorbereiten. Das heißt, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, aber ich habe sehr viel im Vorfeld jetzt versucht vorzubereiten, damit es ein cooler Geburtstag wird. Kann ich jetzt nicht alles erzählen, aber ich habe mir Mühe gegeben, aber ich habe auch den einen oder anderen Fail mir wieder geleistet, Carsten. Erzähl dich dann nächste Woche, aber dieses, du denkst, du kaufst etwas, hast es schon gekauft für einen dreistelligen Betrag, um dann zu checken, als es per Paket ankommt, ach so, das war gar nicht das, was ich wollte, ist was anderes. Naja, wird dir auch gefallen. Oh, das kenne ich. Erzähl dich dann genau, was es war, aber ich habe nicht schlecht geguckt. Weißt du, du bestellst was und denkst, es hat zum Beispiel eine gewisse Größe und dann kommt ein Paketboot und es ist viel kleiner. Du denkst, hä, was hast du denn da bestellt? Ach, Zubehör. Naja, wird schon passen. Also, es wird sehr, sehr gut. Es wird sehr, sehr gut. Also, ich würde dich freuen. Er hat noch ein paar andere Sachen gemacht. Ja, wird klasse. Wird klasse. Wird ein sehr schöner Geburtstag, glaube ich. Nicht ärgern lassen. Nee. Kann passieren. Ich habe auch schon mal die falschen Sachen bestellt. Ist nicht schlimm. So, damit sind wir raus. Ich verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung. Ich melde mich morgen. Ich werde singen. Und dann gucke ich dir nachts ein bisschen zu, aber nicht so die ganze Zeit. es ist ja auch spät. Ich würde eher, also, wenn du vielleicht, mach es anders, geh früh ins Bett und stell dir vielleicht, wenn du Bock hast, früh einen Wecker, weil dann kriegst du die Schlussphase mit und falls die gewinnen sollten, die Zeremonie, das ist ja mit das Coolste. Ja, das finde ich immer das Geilste. Ja, wie du willst. Oh, Telefon. Jetzt rufen ich meinen Assistenztrainer an. So, bis dann. Tschüss, mein großer, tschüss. Schönen Tag. So, Freunde, das war der Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß auf jeden Fall. War sehr, sehr lustig. Ich hatte Spaß auf jeden Fall. War sehr, sehr lustig. Und ich kann euch was erzählen noch. Seid ihr noch da? Eins in den Chat. Hat sich keiner von euch gefragt, warum ich so oft das Wort Massenficken gesagt habe? Habt ihr es einfach hingenommen? Seit wann rede ich so? Am Anfang der Folge, am Ende der Folge habe ich das Wort Massenficken reingebracht. Ich hatte eine Wette. Ich hatte eine Wette mit Brammen von Peatsmeet. Das, was ich am Anfang erzählt habe mit Brammen interessiert sich für Football, war alles erstunken und gelogen. Und zwar haben Brammen und ich nach dem Peatsmeet-Event einer Hotelbar kamen wir praktisch wie auf das Thema Massenficken. Und er meinte, das ist so ein abstruses Wort. Und ich meinte, das ist ein ganz normales Wort. Das ist halt wie Orgie, nur Massenficken. Kannst du ja sagen. Und er so, nein, das ist ein total dämliches Wort. Da wirst du niemals, also das, da muss man, da fragt man nach. Und wir haben dann eine Wette, um 50 Subs, ob ich es schaffe, das Wort im Podcast unterzubringen und Carsten nimmt es hin. Und deswegen habe ich das konstruiert mit, ja, Brammen hat ja gesagt, Football sei wie Massenficken und nur anders kannst du ihm Teams empfehlen. In der Hoffnung, dass er nicht über das Massenficken stolpert. Aber er hat ja dann gesagt, ja, Massenficken ist es nicht ganz. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich gewonnen habe oder ob Brammen gewonnen hat, weil er ist schon über das Wort gestolpert, aber er hat es jetzt nicht so gesagt, oh mein Gott, wie kannst du was sagen, oder? Deswegen bin ich ein bisschen unentschlossen, wer jetzt gewonnen hat. Aber das ist die Erklärung. Das Wort Massenficken kam nur im Podcast vor, weil Brammen und ich eine Wette hatten. Mir ist jetzt auch egal, wer gewonnen hat. Zur Not gebe ich die Subs rüber. aber finde ich sehr, sehr lustig.